Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Zelda Tears of Kingdom. Folge 3? Folge 3, ja. Wir machen jetzt hier noch eben den einen Schrein hier und den, dann habe ich die schon mal fertig, dann bin ich auch erst mal, ach ja, der. Da müssen wir auch noch gucken, wie das geht. Das ist dann das nächste. Das will ich noch machen und dann, was hier? Ach ja, mit der Statue. Stimmt und da kümmern wir uns endlich darum, wo dieser dobe Drache ist. So, wo wir jetzt sind, zu gelb. Let's go. Das kann er wohl nicht angehen, wie ein defektes Elektrogerät, dass ich hier diesen Drachen nicht kriege, den ich vorher zehnmal am Himmel gesehen habe. Ich würde sonst noch mal zur Statue hin. Vielleicht spawnt denn? Weiß nicht. Man weiß ja noch gar nichts. Kann auch sein, dass er nur spawnt, wenn ich da hinten an der Statue bin und ich dann zu dem hinlaufen muss in der Zeit, wo er darum fliegt und ich nicht porten darf. Weil bei dem, den wir gestern gesehen haben, in der letzten Folge, der ist ja auch verschwunden, als ich geportet bin. Steven, ich trinke jetzt meinen Kaffee und dann bin nicht fit. Ich bin nicht fit wie ein Turnschuh. Das war richtig gut, dass wir noch mehr in Energie investiert haben. Das ist so wichtig gerade. Können noch ein bisschen Ausschau halten nach weiteren Schreinen. Auf jeden Fall haben wir gelernt, dass es auch Schrein-Quests gibt. Da fällt mir ein, wieso bin ich nicht von... Ah, da habe ich hier nicht ein Schrein geholt? Nicht hier ein Schrein? War das nicht hier? Ach, hier war das. Ne, hier habe ich auch ein Schrein. Hä? Ich habe doch da ein Schrein geholt. Ich guck nochmal. Aber 100% habe ich da einen Schrein geholt. Vorne an, an der Spitze. Ah ja, Steven, viel Spaß auf der Arbeit. Guck mal, kann man hier immer? Ne, ich dachte schon. Ja, hier war ich doch erst dann. Also, ich bin mir richtig sicher, dass ich hier den Schrein geholt habe. Ja, warte mal schreien. Vorne an der Spitze. Bin ich Millionenprozent sicher. Ja, da unten. Wieso kann ich mich da? Weil das in der Luft ist. Ach, klar. Okay, haben wir gelernt. Gelernt. Hab ich schon gelernt. Gut, gut. Schrein in der Luft natürlich abchecken. Okay. Das macht Sinn. Ich will in der Folge, wie gesagt, das mit dem Drachen machen. Den Schrein hier, beziehungsweise die zwei Schreine. Den Turm und am liebsten beide Titanen. Damit wir dann in der nächsten Folge schon vielleicht die dreiköpfigen Drachen besiegen können. Oh, ich bin schon vorbei. Oder mal um die... Ich glaube, die Feen mache ich sogar vor den dreiköpfigen Drachen, weil es macht Sinn, meine Rüstung wenigstens ein bisschen zu verstärken. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Bin ich blöd. Ich hätte von oben einfach drauf gekonnt. Das machen wir nochmal. Das macht er nicht. Bin nicht weit weg. Gar nichts, Steven. Ich will dich nur ein bisschen nerven. Ja. Das Labyrinth... Oh, da habe ich keinen Nerv zu. Das ist ein Ding, das dauert dann. Ich habe nicht mal verstanden, was man genau machen muss. Man muss wieder irgendwelche... ...verschiedene Dinge tun. Da würde ich tatsächlich erstmal mit warten. Ja. Zielsuche, okay. Ich habe technische Idee. Ich habe technisch. Okay. Oh ne, nicht so. So. Wann ist rum? Oder? Probieren. Ah, war genau in die falsche Richtung. Was mache ich denn da? Doch so. Das nur so. Ah ja. Das ging nicht, weil der Strahl bestimmt verstopft war. Macht ja auch irgendwo Sinn. Bin ich jetzt sogar schon wieder fast voll. Ja, vier. Geil. Dreck wieder Energie holen. Guten Morgen Kitty. Musst du auch arbeiten, Kitty? Oder bleibst du hier? Den haben wir. Rot. Rot noch. Ich habe keine Idee, wie wir den verkannen sein, dass ich den Turm... Nee, kann ich nicht sein, oder? Keine Ahnung. Haushaltenkörbbetreuung hast du auch Arbeit. Ja. War ich schon auf diesen Inseln hier? Ich logge jetzt nämlich gar nicht hin, oder? Nee, nee. Das schaffe ich nicht. Aber da würde ich hin schaffen. Ah, da war ich auch schon. Was willst du denn? Das finde ich cool, dass die Sachen automatisch eingesammelt werden. Wahrscheinlich holt mein kleiner Kollege die. Deswegen haut ihn mal ab. Da hinten ist noch einer. Da habe ich schon blau. Auf einer Insel. Himmelsfelsinseln. Ich habe es sogar tatsächlich hier hingeschafft. Aber hier ist ja nichts Spannendes. Ich habe es hier nicht. Ich habe es hier nicht. Ich habe es hier nicht. Moin Matt, also am Boden, Long Jump auf dem Boden. Was meinst du mit Long Jump, meinst du den Schildsprung? Lass nicht vergessen, ich habe noch nicht alle Weisen, also der aus Gerudo und Geron weise fehlt mir noch, also falls das was mit denen zu tun hat, weiß ich es nicht. Und ob man weise aufwerten kann wie im DLC von Breath of the Wild, weiß ich auch nicht. Geschlichen, ach ich hasse Schleichen. Schleichen Schleichen Schau ich doch gar nicht. Schleichen 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 Soll ich noch an dem vorbeischleichen? Habs. Ach, Mads, 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 kleiner Mads, auf der Insel war Schwerelosigkeit, deswegen, das war keine Fähigkeit, das war, weil auf der Insel war weniger Schwere, äh, weniger Schwerkraft. Moin Jojo. Moin Jojo. Was will ich denn hier? Ich check's gar nicht, wieso ich überhaupt hier hin will. Soll ich die von hier oben abballern? Soll ich... Also... Hier. Hier. das ist ja auch voll schwierig zu treffen also das kann ich mir was ist das da das kann ich mir fast nicht vorstellen da ist ein ding bumm da ist ein... ok da komm ich ja auch nicht hoch ok ich glaube ich soll die von oben einfach abballern oh ich dachte das wäre die taktik der ist gefährlich mit seiner waffe der steine wirft der sack ach das ist eine alarmanlage da oh nein so viel leben haben die gar nicht man schafft das tatsächlich mit den pfeilen hier das ist der letzte höchstens einer noch ne ich könnte nur steine werfen außer der arme hier ist hier denn auch noch was spannendes ich meine ich könnte zumindest ihn mal nehmen und dann waffe klatschen habe ich noch irgendwas zum klatschen das ist auch klatschbares material guck mal das ist doch ein automatischer super super schon erwähnt ich das game liebe aber aber so ähnlich gab es ja auch schon windwege also ist jetzt auch nicht neu ne schleichpassagen und bewegungsmelder und suchdinger und sowas gab es alles sogar schon windwege den habe ich auch in der luft den holen wir uns blau aber auch nur weil ich mich davor drücke den turm zu machen weil ich keine ahnung habe wie ich den turm bekomme weiß das schon irgendjemand aus dem chat wie man den turm bei gerudo bekommt der voller schnee ist also nicht den hier sondern den anderen und 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 also und 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 Boah, schaffe ich das? Das schaffe ich gar nicht. Das hat die doch extra gemacht, dass man das so ganz knapp nicht schafft, die Säcke. Wie assi, wie soll ich denn da hinkommen? Oh, nö. Oder kann ich, warte, ich kann doch bestimmt mich, oh, kann ich da klettern? Bitte, ich kann hier klettern. Oh, yes. Geschafft. Assi wäre gewesen, wenn man nicht klettern könnte. Nicht nur Verteidigung. Ha, ha. Loser. Oh nein, das wollte ich genau nicht machen. So. Wieso habe ich denn jetzt ein Feuerschild? Okay, das ist cool. Haben nichts gesagt. Feuerschild ist cool. Jetzt werde ich da Steinplattenschild benötigen, ne? Aber erst, das hier. Fünf Holzpfeile und die Kiste sieht so krass aus. Okay, ich konnte es nicht. Ich kann es nicht fusen zum Schild. Ach, weil das schon gefused ist. Macht Sinn. Ist das jetzt das, was ich denke, was das ist? Ja, okay. Wenn man die Rakete an Schild macht, kann man damit fliegen. Nice. Nice. Nice, nice, nice. Den habe ich auch. Dann, ah, gibt es nichts, was zu drücken. Jetzt muss ich hier hin. Hallo. Hallo. Hallo Robin, hallo Sarah. Was sagst du zum ersten Tempel? Was ist denn für dich der erste Tempel? Oh, weiß ich nicht mehr. Opal werden schon auf Pfeile. Ja, wahrscheinlich die Pfeile. Hast du recht. So dumm das auch klingt, ne? Über Pfeile freut man sich tatsächlich mehr. Das ist ein Ordi. Äh, den Weg hoch cool. Den Titan an sich doof. Den Endboss cool. Das ist ein Ordi. Das ist ein Ordi. Was ist aktiv hoch? Hast du resort пл nhất? Das ist ein Ordi. Ich patent 상황, Baby. An sich zum ersten Be focuses in der Falle Eleven. Diesen du sehr keine 걸cehenschen. Gott, ich treffe den nicht Wie kann ich den Turm da aktivieren? Weiß das schon jemand aus dem Chat? Muss ich dafür ins Jägerversteck? Oh, das könnte sein, ne? Aber für das eine Jägerversteck muss ich halt den einen Drachen killen Da bin ich noch nicht ready für I'm sorry Welchen Boss zuerst? Kann ich dir nicht sagen, weil ich noch nicht alle gemacht habe Ich habe halt den Orni-Boss gemacht Weil ich hier die Fähigkeit haben wollte Gerudo und Goron War auch in Breath of the Wild eher schwierig Deswegen würde ich die vielleicht Als letzte beide machen Also ich habe Orni gemacht Und dann Zora Und die Reihenfolge war Ganz okay Den Zora Wenn es rein um die Um die Fähigkeit geht Würde ich den zum Schluss machen Weil die Fähigkeit echt nutzlos ist Du hast halt den Typen, der mit dir rumläuft Das ist ganz cool Aber die Fähigkeit von ihm ist total nutzlos Und dann Ja. ja apropos turbe freischalten müssen jetzt gleich mal zusammen überlegen wie man den turm hier freischaltet durch sieger versteckt wäre crazy dann wird man den erst und guck mal da ist noch einer den nehme ich mal da muss ich nicht mal so weit latschen weil ich sie dann nicht schaffe ne du sieger versteckt das geht ja da oder geht das in den berg rein feuer ja aber ich kann ja nicht die also zumindest war es im rest of the world nicht so dass ich hier diese oberfläche weg machen konnte hätte ich denn was für feuer ich habe auch gerade keine feuerwaffe ja ja also es gibt ein da muss man sich durch die decke porten ein wo man von oben rein muss aber hier die machen kein die machen keinen witz zweimal also das könnte ich schon mal merken auch überhaupt für videospiele gute videospiele machen witz einmal und nicht zweimal also wird es hier eigentlich nicht durch die decke porten sein und auch nicht von oben rein es wird irgendwas anderes sein aber ich habe keine ahnung was ich hatte gedacht weil bei den ornys hat es ja geschneit und dass man nach dem titan bei der ganze schnee weg dass man das hier vielleicht auch machen muss bei den gerudos erstmal den titan machen dann ist der schnee hier weg aber das wäre dann entgegengesetzt meine meiner theorie gerade dass sie keinen wird zweimal machen kann ich mir also irgendwie nicht vorstellen denke ich mal weil ich habe zu viel waffen wichtig wäre auch zu wissen leute wie kommt man in den krockwald jetzt ist natürlich crazy gut dass er da den gegner ablenkt dafür sind die beiden typen schon gut zum ablenken wenn ich die ganze zeit auf den drauf baller nur durch nur weil er auf mich drauf latscht ritterbogen ist gut nach ist schon 33 let's go da glaube ich ich hätte was dazu sagt das wollte ich gleich immer gucken mit ja weil da ist ein schicken zelt aber da war niemand drin ich muss mich gleich noch ein bisschen mehr umgucken ob da jemand ist weil eigentlich war bisher immer einer da wenn das irgendwie nicht zugänglich war oder irgendwie es gab immer irgendwie ein hinweis darauf wie man das macht also ich muss mich da gleich in meine umgebung besser umgucken umgucken nein tot zählt nur wenn er des bildschirm da steht der todes bildschirm wird erneut versuchen ich habe doch gesagt der todes counter ist nützlos süchtig kugelpfad kugelpfad sieht aus als würde es mir gefallen hier kugelpfad 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 einfach durch die kugel durch das ist ein ganz fieses gefühl ne just aber dass das nichts bringt und 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 Was mache ich hier? Ich kann es nicht greifen. Gibt es noch ein anderes Werkzeug hier, was ich brauche? Ich mache den mal rückwärts. Der bleibt einfach da, vielleicht kommt er dann hier raus. Ja viele Möglichkeiten habe ich ja nicht, durch die Decke zurück oder nehmen. Warte, vielleicht kann ich den zum richtigen Zeitpunkt fusen. Ich den hier hinstellen und dann fuse. Ja tatsächlich. Jetzt bin ich raus. Weg. Ich nehme mich da mit, falls ich noch brauche. Und jetzt mache ich dann den gleichen, okay. Ich nehme alles zurück mit meinem gleichen Witz nochmal, weil hier machen wir den gleichen Witz nochmal. Glaub ich. Nicht aufgepasst. Witz. Okay. schreibt gerne einfach in zwei drei stichworten ich bin da nicht so wenn ich danach frage dann immer gerne helfen jetzt keinen riesen text aus wikipedia oder so rein kopieren aber vielleicht in zwei drei stichworten da ich es da machen kann crazy dass es jetzt schon tutorials und so gibt nach einem tag release nicht ganz crazy immer feen geschaut ja habe ich schon ich mache das heute nach dem stream in ruhe für youtube fertig weil ich habe jetzt alle feen gefunden hier mit den stern es gibt vier stück und jede fee braucht eine andere eine andere quest line die eine die wir gesehen haben war ja das mit dem bienenhonig damit du die trommeln bekommst dann gibt es noch eine andere die will eine flöte und halt noch die anderen beiden und das wäre für ein stream also weiß unbedingt für youtube video machen will kann ich im stream nicht zusätzlich zur aufnahme aufnehmen weil es wäre dann mit in der folge drin deswegen mache ich das einmal separat das ist dann zwar nicht im stream aber das wäre nicht so schlimm schlimmer wäre es wenn es nicht auf youtube wäre deswegen mache ich das heute ready kommt dann nach dem let's play da gibt es irgendwo ein zelt der zu einer höhle führt ah danke matt also tatsächlich ich wäre sogar selber drauf gekommen wenn ich einfach mal in das zelt gegangen wäre super danke matt das sind richtige freaks ja crazy aber das sind halt auch spiele tester die das spiel schon seit zwei wochen haben so jemand wie game 2 zum beispiel die machen jetzt zwar keine how to's und erklärungsvideos und sowas aber die haben das spiel ja auch schon seit zwei wochen oder so um game review zu machen und genug zeit zu haben das spiel durchzuspielen gute journalisten machen es ja heutzutage noch ein spiel erst bewerten wenn das spiel auch durchgespielt ist und nicht erst nach einer stunde das ist zum beispiel auch ein grund wieso ich ganz oft nix darauf gebe wenn irgendein unbekanntes game portal was dazu sagt wie gut oder schlecht ein spiel ist weil du weißt nie wie lange haben das überhaupt gespielt hier ist aber noch ein zeit gibt es wo ich vorbeigerannt bin hier ist aber noch ein zeit gibt jetzt wo ich vorbeigerannt bin ja 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 Oder nicht? War da noch ein Mundzell? Ja gut, mein 9 Stunden Video ist auch vor 8 Minuten erschienen. Also, ich lade halt nix um 0 Uhr hoch, das macht gar keinen Sinn. Ich lade erst zu Humanzeiten hoch. Wo ist dieses doofe Zelt? Ich habe doch noch ein Zelt gesehen. Ein oder zweimal habe ich aus Versehen nachts um 12. Video hochgeladen. Weil ich mit AM und PM durcheinander gekommen bin. Ich könnte schwören, dass hier noch ein Zelt war. Ich habe doch noch ein Zelt gesehen. Ich habe noch ein Zelt gesehen. Ach, da ist eine Höhle. Aber ob das die Höhle ist? I doubt it. Na, guck mal. Maxi-Trüffel. Ich habe das Gefühl, diese Maxi-Sachen sind alle seltener geworden. Allgemein habe ich das Gefühl, dass die ganzen Ressourcen hier seltener geworden sind. Okay, schwimme ich oder baue ich mir was? Ich glaube, ich schwimme einfach. Ist es kalt? Nee. Junge, was ist das denn für ein Fisch? Leuchthöhlenfisch. Oh, den da oben hätte ich gern. Das geht einfach kaputt. Ist das nicht Assi? Toll. Und Hopas. Der macht jetzt immer automatisch diesen Dingsbombs. Irgendwie. Ach, das ist einfach hier runter. Okay, gut. Das brauche ich. Hallo, Mari. Oh, wahrscheinlich da, ne? Kannst du ja bitte... Danke. Ach, im Wasser schwimmen macht am meisten Spaß in dem Spiel, wirklich. Vor allen Dingen mit so einem ekelhaften Strom. Das ist richtig spaßig. Das würde ich am liebsten den ganzen Tag machen. Das ist das Tollste am Spiel. Danke, Matt. Danke, danke. Das ist der letzte Turm. Let's go. Mit der Strömung kann jeder. Ah. Oh. 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 Lass uns das mal angucken. Ach, das ist wieder so eine Kugel. Aber da komme ich glaube ich von hier aus nicht hin. Bin ich ja schon zu tief. So. Schreine. Und dann zu den Gerudos. Obwohl ich voll gerne das mit dem Drachen machen würde. Das nervt mich. Guten Morgen Kirschsplit. Wahrscheinlich macht es mehr Sinn vom Wüstenbassar einfach zu laufen. Vielleicht gucken wir die Ruinen da unten auch nochmal an. Es wird warm. Und da ist kein Schrein. Da ist ein Schrein. Let's go. Wieso habe ich gerade Schaden bekommen? 15 bis 20 würde ich sagen. Ohne den Umfang des Spiels zu kennen. Reine Schätzung. Oder? Ich meine ich habe 2 Titanen von 4. Und ich habe 60 Schreine. Und früher waren es 120. Also man könnte theoretisch sagen 50%. Aber mir fehlen die Feen. Mir fehlen alle Kleidungsstücke. Du weißt nicht wie viele Schreine es gibt. Ich war noch nicht einmal im Untergrund. Also ganz genau kann man das nicht sagen. Also ich zumindest nicht. Aber ich verbrauche da Energy im Sand. Und zum Springen auch. Krass da ist neu. Und das war knapp. Wo will ich überhaupt hin? Ist er drüber? Ach ja. Nee. Ich versuche gerade nachdenken. keine ahnung ob das die richtige methode war ja ok ich denke mal ich soll das holen gehen mit einem motorboot mit einem motorboot Okay. So, gib Gummi. Oh Gott, das sehe ich doch schon kommen. Dass das weg fließt. Ich da schon. Ja, oder? Let's go. Let's go. Cooler Schrein wieder gewesen. Sehr cooler Schrein wieder. Oh, wieder zweimal. Ich glaube, dann habe ich meine Energie voll. Dann können wir jetzt komplett auf Herzen gehen. Wie viele Schreine habe ich? Über 60, oder? Wieso steht das da nicht? Ah ja. 68 schon. Das geht auf jeden Fall schneller als im BOTW mit den Schreinen, habe ich das Gefühl. Und ich wette, das ist so Sand, der mich Energie kostet. Und die Viecher sind stark. Ich kann eine gute Waffe verwenden. Ah ja, das ist safe, so Sand wie gerade. Und da ist dann der Sand nicht so treibsandmäßig. Okay, ich gehe mal ganz kurz für kleine Loose. Pause, zwei Minuten, alle mal auf die Toilette gehen. Pause, zwei Minuten, alle mal auf die Toilette gehen. Pause, zwei Minuten, alle mal auf die Toilette gehen. Pause, zwei Minuten, alle mal auf die Toilette gehen. Pause, zwei Minuten, alle mal auf die Toilette gehen. Moin Finn! Hallo! Hast du dein Hotte Hy schon geholt? Ich habe noch kein Pferd geholt, nein. Schande. Schande über mich. ok jetzt merken wir uns mal dass es hier so ein Ding gibt komme ich hier nicht lang oder was ist hier los ah super aber ich denke mal einfach nur der Nase nach oder geradeaus moin Finn warten wie warten bis es Nacht ist bis es Nacht ist ok dann ist der Sturm weg ist ja gleich Nacht die bekomme ich die Recken indem du die Titanen machst nein sie gehen schlafen ach der Typ geht schlafen soll ich die Kugel direkt mitnehmen nach Gerudo Stadt würde ja Sinn machen wenn ich sowieso schon hinlage kann ich das Ding auch direkt mitnehmen na warten wir mal bis er pennen geht ja pennen wo haben wir halb acht geil aber die Fähigkeiten ich habe bisher erst zwei und die Fähigkeit von Sidon ist echt billig die Fähigkeit von Sidon ist kacke da könnte ich drauf verzichten während ich hier warte kann ich aber ein bisschen kochen ich habe gerade ein Maxi Trophel gefunden Elektro Frucht das Wort das Wort dieser Freispieß. Ne, Glutling behalte ich. Tomaten gibt es jetzt, cool. Ich weiß ja, wo es denn gibt. Ich brauche den Maxi. Wo ist der Maxi-Trüffel? Da. So. Wer bist du ungefähr? Hatte ich ja eben schon gesagt. Ich habe zwei von vier Titanen und 68 Schreine. 68? Aber ich war noch nicht einmal im Untergrund. In der Luft fehlt mir noch ein bisschen was. Ich habe noch keinen Brachen gemacht. Ich muss die Feen noch machen. Ich habe noch ganz wenig Kleidung. Auf jeden Fall weniger als 50 Prozent, würde ich sagen. Aber da ich den Umfang nicht kenne, weiß ich halt nicht, wie weit ich bin. Zwei Jäger-Verstecke muss ich noch machen. Schwierig. Hallo, geh jetzt mal pennen. Wir haben schon neun Uhr. Ich habe noch ein paar Momente,alten. Ich habe noch nicht mehr als 50 Prozent. non stop dank für den follow ich habe das lösungsbuch in doppelter ausführung schon vorbestellt schon längst guck mal ja ich sehe hier das erste mal schlechte texturen guck doch mal die baumstextur an die ist nicht gut aber trotzdem gut kaschiert oder meine ich das nur fällt einem so von weitem nicht auf nur wenn man nah dran ist kannst du mal die karte zeigen die karte ist die gleiche wie bretter wald hat sich nichts hier ändert sieht uns fähigkeit das non stop am besten kaufst du dir das spiel und findest es selbst heraus oder guckst dir mein let's play auf youtube an dass er um 8 uhr online gekommen ist da siehst du die erste folge und da siehst du auch alles was ich so gelernt habe ich kann jetzt hier kein tutorial für dich machen ich muss darauf warten dass die schlafen gehen gehen die wirklich schlafen oder wurde ich hier wieder wir haben jetzt schon 15 nach 11 oder wurde ich hier wieder verkackeiert wenn um 12 wo noch nicht weg ist dann gehe ich los also wenn um 12 wo nicht pennen geht das habe ich auch nur um wild gas oder so 12 uhr was macht ihr die chill immer noch hier hau rein die zitter brucht füstengraben schnur strax drüber weg 2 Also jetzt bin ich so langsam ein bisschen lost, weil soweit ist das doch nicht. Ich bin nur gerade ausgelaufen, da müsste ich perfekt ankommen. Bis ich theoretisch perfekt ankommen. Oh, Oktik. Ich habe mich verlaufen, das kann nicht sein, also wo bin ich denn? Ich sehe nicht mehr, wo ich bin, ich bin safe irgendwie falsch gelaufen, das kann nicht sein. Bin ich nur geradeaus? Soll ich den Statuen folgen? Nee. Das hört sich auch gar nicht gut an, muss ich sagen. Moldora? Na sicher, das hört sich nicht gut an. Krass, das sehe ich jetzt erst. War das früher auch so, dass hier Koordinaten standen? Hier stehen Koordinaten, seht ihr das? War das früher, war das bei Breath of the Wild auch so? Nee, das ist neu. Crazy. Gerudo-Start, ich habe es gefunden. Kann das sein, dass hier irgendwie niemand ist? Ja, kann sein. Was will ich denn überhaupt hier? Ja. Schau. Auf geht's. Mach, mach. 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 Aber irgendwo müssen die ja sein. Ich guck mich hier gleich mal um. Revali Sturm fehlt schon, übel. Das war meine Lieblingsfähigkeit. Ich würde auf alles verzichten und hätte dafür gerne nur Revali Sturm. Das war mit Abstand die beste Fähigkeit. Ah, guck mal. Aha. Ah, guck mal. Die Tannenzapfen sollen das ersetzen. Was machen ja die Tannenzapfen. Die, die ich immer verkocht habe. Und die dann so hart geworden sind. Säbe, vielen, vielen Dank für deinen fünften. Was ist das hier? Er enthält Öl und brennt, der gut wird. Er ins Feuer geworfen lässt, der es auflodern. Okay. Ja klar, du kannst mit Feuer nach oben. Das ist klar. Finde ich aber doof. Ich nehme dich mal mit. 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 Das ist erst mal so ein Lichtding. Muss ich das fusen? Staubsaugung in der Wüste. Ist das nicht, weil es Staubsaugen ist. Es ist nur Staub wegblasen. Ich habe voll mein Schild eingesetzt, wie ein Profi. Das war nicht hilfreich. Oh. Ah, ich kann es nach oben machen. Logisch. Hi. Hallo. Komm ich da nach oben? Kommt man da drüber? Oh. Hm, lol. Wie? Noch mal her? Wie? aha finde ich cool dass sie von Okina of Time Licht wieder reinbringen das hatten wir bei Presto the Vault gar nicht Licht oh kriegt man ein Spiegelschild macht keinen Sinn weil alles kaputt geht aber würde ich cool finden wo soll es hin von oben bestimmt nicht blöd wo soll das hin warte warte vielleicht warte doch da auch nochmal ein Spiegel aber so nach oben hat er keinen Sinn ich weiß gar nicht wo das hin soll da dagegen ich stelle es mal so ab mal gucken wir mal ach klar wenn ich dann die so cool so so ich kann Schwieriges Rätsel. Fällt mir. Ich kann es mit der Hand heben. Gut, Arctic. Mann, ey. Ich bin so brain-legged. Was ist denn da los? Das hat gestern schon auch zu meiner Freundin gesagt. Ich bin so... Ich weiß auch gar nicht, woran es liegt. Aber irgendwie... Ich komme nicht klar auf diese Fähigkeiten. Moin, Jakob. Ich komme da nicht drauf klar. Die sind bestimmt in irgendeiner Höhle. Oh, oh. Es ist heiß. Ich habe gar nichts gegen Hitze. Aber ich habe eine Kohle-Bockle-Maske. Da habe ich was zu essen gegen Hitze. Ja. So, wir müssen jetzt hier mal... Genau gucken. Wir sind bestimmt in irgendeiner Höhle. Ich muss ja hier nicht weg. Ventilatoren und alles. Nee, nee. Das macht keinen Sinn. Die Stadt ist tot. Wo würde ich dann hingehen? Ansonsten müssen wir uns am Bazar mal ein bisschen umhören. Wo die hin sind. Was ist das? Ah ja. Guck mal. Hat sich doch den richtigen Riecher. Sie haben zu turnieren. Wieder daneben. So schaffe ich es nie, mein ganzes Volk zu beschützen. Mit der Bock mit der Maske. Sie ist auf jeden Fall älter geworden. Ist auch die, ne? Aus BOTW. Einmal mehr, kommst du genau im rechten Augenblick. Sie finden den Weg zu Beginn, der persecuted auch ein, die alte Fl nestung. Das ist doch gar nicht so. Ist doch nicht so... Sie können das nicht so gut nehmen. Oh, das ist nicht so gut. Ich würde mich auch nicht so gut nehmen. Ich würde mich doch nicht freuen. Ich würde mich doch nicht zu identifierieren. Gibt es. Geil. Ich weiß jetzt schon, dass das die Kraft wird. Schön Blitze. Ah, hier. Ne. Habe ich doch. Hä? Füllst du einen Pfeil auf die Sünde zu schießen? Auf den Sünde habe ich einen Blitzschlag. Habe ich jetzt dreimal gemacht, du Blöde? Oder muss ich auf den Kopf? Ah, auf den Kopf. Oh. Oh. Auf geht's. Ja, ja! Was ist das? War hier der höchsten Bazaar? Ja, ne? Ich war auch kurz auf dem Plateau, hab da einen Schrein eingesammelt und bin wieder gegangen. Das sind echt eklige Viecher. Jonto und Jakob, danke für die Follows. Was? Gibt das hier irgendwas? Gib du Knochen. Na, nehm ich mit. Zum Glück hab ich viele Pfeile. Ach, die muss das erst wieder aufladen. Ich check's. Oh, zwei auf einmal. Mal. 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 Ist allgemein in dem Game viel besser als in BOTW. Muss ich doch mal sagen. Ist also die Sonne-Ruine. Die Wirbelwinde bewegen sich auf unserer Stadt zu. Und auch Zelda verschwand in diese Richtung. Böller, wir müssen sofort zurück. Link, folge uns schnellstmöglich. Wir brauchen dich dort. Na klar. Zum Glück kann ich jetzt porten. Zack, zack. Wie sehe ich denn jetzt die Karte? Das ist ja frech. Wieso habe ich die vorher nicht gesehen? Süd-Oase. Müssen wir uns auf jeden Fall noch umschauen. Und da muss ich auch noch hin. Okay. Könnte sein, Shin. Ja. Ich war noch gar nicht im Untergrund. Nope. Noch gar nicht. Das hebe ich mir für eine Extra-Folge auf. Wenn wir heute beide Titanen schaffen sollten, wäre das was für morgen. Ich glaube, wir sind jetzt nochmal auf jeden Fall. Ich bin nicht. Lass mich jetzt noch eine Plastik arbeitet. Okay. Ja. No. Also, ich bin nicht. Das war das Tier요. Sie nehmen sich noch mehr. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Das war nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin. Hey, bitte nicht wieder im Himmel. Fuck! Ich habe nachdem ich auf Toilette war, nicht Pause wieder gedrückt. Was haben wir seitdem gemacht? Ja, muss ich den Steam runterladen? Okay. Oh! 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 ich immer nur ein tor oder wie ist das dann bei einem anderen weg dann nicht war das nord tor glaube ich weil das war nur ein tor ist dann einfacher drei stück hintereinander das besser hier machen wir das so spiegel flammenwerfer forsten und er ist gut ich habe schon gute bilder wurde schild nämlich auch mit ja ich brauche irgendwas wegen elektro die verteidigen das andere tor und ich das andere auch so elektro waffen gut dass ich gar keine habe habe ich ja clever gemacht das ist ein elektro ex wo ist der so wir können wir jetzt loslegen so Oh. Wie mache ich Elektro-Pfeile? Oder kommt die mit Helfen? Ich habe doch so Elektro-Gelee, das geht bestimmt. Nord-Tor ist erstmal egal. Oder kommt die mit mir mit? Monster vor der Stadt! Verstärkt die Verteidigung an den Toren! Okay, ihr Radio ist übertrieben, krass. Sehr gut. Was? Aus dem Rest am Nord-Tor kommen sie auch. Lass sie nicht in die Stadt! Vielleicht muss ich erstmal eine Welle besiegen. Vielleicht muss ich erstmal eine Welle besiegen. Kann auch sein. Dann mach ich das mal. Feindkontakt auch am West-Tor. Ich werde sie mit meinem Blitz schlagen. Feinde in der Stadt! Haben sie die Verteidigung an den Toren durchbrochen? Aus dem Nest am Ost-Tor kommen fliegende Gegner direkt auf uns zu! Machen die auch was? Oder gucken die nur drauf? Fliegende Gegner? Fliegende Gegner am nördlichen Nest! Sie dürfen nicht in die Stadt gelangen! Ich finde es ganz schön schwierig. Vor allem, weil das eine Nest dann nicht kaputt gegangen ist. Kann ich es jetzt vielleicht zerstören? Ah, guck mal! Da war es gerade offen. Okay, man muss eine Welle zurückschlagen und dann... Ich halte es mit einem Blitzschlag auf! Ich halte es mit einem Blitzschlag auf! Ich halte es mit einem Blitzschlag auf! Okay, sehr gut. Ja, das war dumm! Ja, das war dumm! Er nähert sich dem Zentrum der Stadt! Der Feind hat uns erreicht. Wir sind die letzte Verteidigungslinie! Kriegt! Wo wäre es mal eine Rolle, ne? Alter, ein Angriff kann ich noch aushalten. Ich habe es aber halt am Anfang auch richtig dumm gemacht, ne? Das muss man doch zusagen. Hä? Luft wieder? Stopp, du Sack! Stopp! Wo kommst du denn her? Kommt da irgendwie nur Flugleute? Das sind so viele. Alter, Multikill. Gibt das viele Punkte? Oh, schnell. Elektro! Oh, Junge. Ich habe es aber echt dumm gemacht. Gerade der Anfang, wo nur zwei gekommen sind. Da bin ich weggelauft. Da hätte ich es gerade besiegen können. Ich hoffe, das war es jetzt schon. Jetzt kommt der Titan und ich kann direkt loslegen. Wandbild hinter dem Großsaal in der Untergrundstadt. Wo ist denn Untergrundstadt? Äh. Sprich, am Wandbild hinter dem Großsaal in der Untergrundstadt mit Rio. Wo ist denn Untergrundstadt? Hier geht es irgendwo runter? Oh. 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 Durchlassen. Oh. 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 Okay, und dann kann ich hier die Sachen kaufen. Das Feuerding wäre schon ganz gut. Das habe ich 20 mal, gibt 3. Es ist allgemein, dass alles echt wenig Geld gibt. Rubine, guck mal hier. Das gibt alles gar nichts mehr. Obwohl, den habe ich 6 mal. Scheiß Salz. Ein bisschen Geld machen. Boah, Wasserfrucht. Weg damit. Auch wenn es nur 78 sind, aber das läppert sich. Ich weiß halt auch nicht, ob ich bei Kilton die Sachen abgeben kann. Deswegen will ich nicht alles verkaufen. Alles verhökern. Hier sowas zum Beispiel. Damit kann ich doch nur Waffen machen. Das sind nur Synthesensachen für Waffen. Die brauche ich halt gar nicht eigentlich. Ja, das ist genau weg. Das gibt es 200. Boah, Sternensplitterfarben ist bestimmt das Beste für Geld. Diamant gibt immer noch 500. Habe ich auch nur einen von. Okay. Das wäre ich auf jeden Fall... Oh Gott, der muss ich mir das alles merken. Blah, 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 blah. Ah, guck mal, die hat so ein Ding auch. Oh Gott, das wird bestimmt ein ganz komplizierter Schreien, wenn die ganzen Bälle überall verteilt sind. Steven, weil du es noch da bist, schreib mal auf. Blau bei dem einen Typen am Wüstenbazar. Rot Feuer bei der Verkäuferin hier im Untergrundstadt. Weil ich sagen wollte, ich werde die Mission von der auf jeden Fall machen, bevor ich nach Goronien gehe, weil ich das Ding gegen Feuer haben will. Hinter dem Thron, rote Säulen in der Hitze. Okay, easy. Easy peasy. Das kriege ich hin. Hinter dem Thron, rote Säulen. Rote Säulen, ne? Hinter dem Thron, rote Säulen in der Hitze. Licht im Dreieck. Das sind doch keine roten Säulen. Äh, bitte. Also ich fliege da jetzt mal hin, aber das sind keine roten Säulen. Ah, da ist irgendwas mit Licht. Licht im Dreieck. Ja. Das ist alles schon verbunden, ne? Das ist schlecht. Dann mache ich hier die Verbindung mal weg. Muss ich das jetzt drehen oder sag mir das, wo ich lang soll? Licht im Dreieck, Stein der Blitze, wenn meine Stimme ruft nach dir, so folge ich und komm zu mir. Wenn ich das nicht drehen kann, gehe ich da hin, wo das Licht hinführt. Kann ich nicht. Okay, dann gehen wir da hin, wo das Licht hinführt. Okay, dann gehen wir da hin, wo das Licht hinführt. Linkiwan. Ich finde es gut. Linkiwan. Man könnte auch sagen, Luke. Licht im Dreieck. Hä? Wieso geht das nicht? Licht im Dreieck. Das ist ein Dreieck. Ah, ich kann es hochdrehen. Bestimmt. Na, das ist ja die richtige Waffe. Oh. Soll ich genau da hochgehen Also ich genau diese Egal Wirkt es ja was Falsche Richtung Ah ja, Falsche Richtung Ich bin froh, dass nicht wieder irgendwas in der Luft ist Das wäre echt eintönig geworden Ah, deswegen Dreieck Und was stand da jetzt? Licht im Dreieck Stein der Blitze Die Stein der Blitze Oh Ich vergesse immer wieder diese Fähigkeit Ich gehe mal genau in die Mitte von dem Dreieck TJ, danke für den Follow Was stand da? Stein der Blitze oder so Licht im Dreieck Stein der Blitze Kann das sein, dass der noch nicht richtig eingestellt ist Weil der nicht Passend ist Ich glaube schon, ne? Glaubt der Muss ich auch noch drehen Der ist nicht richtig eingestellt Der kommt ja nicht Der ist nicht richtig Oh, da ist auch der Schrei Und hier muss ich was dran ballern Mach ich erst den Schrein? Oh Mann, ich will den Schrein machen Ich mach den Schrein Ich bin süchtig nach Schrein Die Rätsel sind schon nice Ja, mir gefallen die Rätsel auch sehr gut Also was die Story, Rätsel, alles drumrum Und wie durchdacht das ist Und Man darf auch nicht vergessen, dass es auf der Switch läuft Es läuft jetzt nicht auf einem PC Oder auf der Playstation Allein dafür hat es schon Game of the Year verdient Es gibt halt echt nur ein paar Kleinigkeiten Die mich nerven Aber das sind halt Sachen Die mich auch schon in Breath of the Wild genervt haben Ausdauer Kampfsystem Crafting Aber das sind halt subjektive Sachen Kann sein, dass andere das halt ganz cool finden Dass man nicht unendlich viel rennen und klettern kann Und das Kampfsystem nicht so durchdacht ist Wie zum Beispiel in einem Souls Game Zum Beispiel kannst du ja mit jedem Schild blocken Aber jedes Kontern Aber jedes Kontern ist gleich Scheiße, das war ich nicht mehr vor langen Sehe ich das Licht noch? Mist Ich weiß nicht, aus welcher Richtung ich gekommen bin Ich muss Richtung Nord Osten Gut, weil ich jetzt nicht sehe, wo Nordosten ist Wenn der Schreien so ist, muss ich Ich denke mal da lang Scheiße, das war vielleicht doch nicht so clever Oh Gott, hier ist Treibsand Hier ist Treibsand Lass mich zurück Nein Das ist Kacke Das habe ich mir nur Das sind genau die Punkte, die mich so ein bisschen auf die Zahnzeiten Ja, also das sind auch die Punkte, die mich halt nerven Aber alles andere ist halt so gut Ich reg mich auch einmal in der Stunde übers Klettern auf Oder darauf, dass die Ausdauer so langsam regeneriert ist Aber man muss einfach sagen Sobald du Ähm, so weit bist wie ich jetzt Und so viel Energie hast Und die Fähigkeiten hast So ein, zwei Fähigkeiten reicht schon Ein bisschen Leben Dass du nicht die ganze Zeit auf dein Leben achten musst Ein bisschen Kleidung Ein bisschen Essen und so Und du ein bisschen im Game drin bist Der Start ist halt übel schwierig Aber sobald du das hast Macht es halt so viel Spaß Die Welt zu erkunden und so Dass es fast egal ist Im Prinzip beginnt jetzt das Spiel Ich habe alles Die Karte komplett aufgedeckt Jetzt ist es mir wieder heiß Ich hasse es Das mit dem Kampfsystem ist halt Unbelohnt irgendwie Aber Ist halt simpel gehalten Du kannst einfach diesen normalen Angriff machen Es gibt die schweren Waffen Die nicht schweren Waffen und so Aber das ist ja nicht objektiv schlecht Das ist halt einfach Einfacher als man es für die aktuelle Zeit Vielleicht gewöhnt ist aus einem Kampfspiel Wieso ist es extrem heiß? Ich habe Hitzeschutz Ist das nicht der starke Hitzeschutz? Ich habe갖end Ich habe ihn nicht gewöhnt Ich habe schon Oh mein Gott. Lichtschutzfaktor 9000 plus. So. Majin. So. 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 Mann ist das mysteriös Ich bin richtig gespannt Wie sich das auf Äh Löst Oh Huh Das hat mir um einiges mehr Spaß gemacht Als irgendwie durch die Luft zu fliegen Zu dem Schiff Und auch bei den Zoras Mit dem Matsch und so Wenn ich nochmal neu anfangen würde Mit dem Spiel Würde ich zwar immer noch die Ornix zuerst machen Wegen der Fähigkeit Aber danach auf jeden Fall den hier Weil der macht viel mehr Spaß Als das Zora Ding Das Zora Ding war echt nervig Rios macht über die Blitze Sobald Rios ihre Aura entfaltet Kannst du dir auf dein Signal hin Einen Blitzeingriff durchführen lassen Ja gut Das wissen wir ja Kommt ihr auch mit mir? Als ich im League gesehen habe Dass solche Leute mit einem rumlaufen Hatte ich kurz gedacht Dass das so ein bisschen Souls mäßig ist Dass man sich halt Phantome rufen kann Aber zusätzlich halt auch Multiplayer Hilfe Wie crazy wäre das gewesen? Dass man sich einfach hier Multiplayer Hilfe rufen kann Aber ich denke das geht nicht in dem Story Game Weil dann jemand kommen könnte Der schon die ganzen Fähigkeiten und so hat Und das wäre natürlich auch richtig krass Im Multiplayer hier rumlaufen Wie bei Elden Ring Okay, muss ich mit der quatschen Damit die das mal macht? Okay, die entfaltet jetzt aber ganz schön langsam Mach mal ein bisschen hin Okay, ging nicht Muss ich erst das Ding? Oh Leicht overpowered Ja What? Direkt der Boss? Bah So ein Käfer Gib du Königin Peiniger des Donnertempels Oh ist der hübsch Stell dir vor Den hast du bei dir im Schlafzimmer Siehst du Link Hier ist der Ursprung des Sturms Dieses Ding ist dafür verantwortlich Los Setzen wir dem Schrecken ein Ende Gib du Königin Boah ist das widerlich Komm mach mal Blitz Das ist die Anführerin der Gyptos Hier für dich Sie ist weiß geworden Reagiert sie etwa den Orphi die Gyptos? Sie ist geschwächt Jetzt sollten deine Angriffe nur umzeigen Nimm Ich hätte gerne noch sowas für zwei Herzen Hier Schleich ich ein bisschen Bleib stehen Bleib stehen Ich meine schlechteste Waffe genommen Kannst du mal wieder Hier mach mal ein Ding Das ist nervig Sie ist schwer Vor allem kann ich diesen Sanddingern nicht ausweichen Irgendwie Hab ich das Gefühl Oh man Was macht der? Was macht der? Geh weg Geh weg Alter wie viel Schaden Alter wie viel Schaden Mann Das war die stärkste Waffe Ich mach so wenig Schaden Ich zieh direkt aus Ja Der Bus ist schwer Oder ich stell mich richtig dumm an Ach man Ich dachte das wäre schon Schade Ich muss mich eigentlich nochmal um Essen kümmern Wenn ich mich hier gleich hin Wenn ich mich hier gleich hin porten kann Dann mach ich das Also hier Im Spiel dumm Essen Hallo Hallo bleib mal stehen Willst du bleib stehen Ich bin Ich bin Also muss ich mich näher hin Aber es war me Ich bin aus Geld 6. 4. 5. 5. 6. 6. 6. 10. 11. 11. 12. Donnertempel, mhm. Krogwedel, das erste Mal. Scheiße, meine Stärkswaffe fast kaputt. Das ist fast zu schade. Das ist fast kaputt. Das ist fast kaputt. Ich hätte gerne einen Portpunkt. Ich nehme mal zwei mit, falls eine kaputt geht. Wird es dunkel? Doch, es wird dunkel. Ich habe doch nur einen Belmet. Tschö. Das ist fast kaputt. Das ist fast kaputt. Ich glaube, das, was die meisten vermissen und ich auch, immer wenn ich durch so einen Tempel hier laufe, weil das ist ja schon sehr oldschoolig Tempel mäßig. Aber sei sehr aber schon ein bisschen. So Legacy Waffen. Sowas wie ein Eisenhammer oder ein Enterhaken. Ich glaube, sowas vermissen wir am meisten. Wieso gibt es keinen Enterhaken? Weißt du? Das war so ein cooles Gimmick. Will ich den? Und ich musste echt meine Waffentasche erhöhen. Was ist das? Ja, das war jetzt die Zeit. Es funktioniert. Wissens sich die Waffentaschen. Ich habe auch viel. Und du hast gewusst, dass ich die Waffentasche nicht probierst. Yerer auch einfach nur ein bisschen, Es gibt keinen Sensor, zumindest nicht, dass ich es bisher gesehen hätte. Hast du das Feuer gelöscht? Jetzt kann ich weiter. A, ich wäre fast hier runter gesprungen. B, die Kugel hätte mich fast erwischt. Da komme ich erstmal nicht weiter. Oh Gott, ich auch nicht. Und moin Rimmit und dank für den Follow. Alert sein aus, wegen Aufnahme. Gut, ich bin gleich bei dir, Link. Oh nein, meine Elektrowaffe ist fast da rot. Oh nein, meine Elektrowaffe ist fast da rot. Oh nein. 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 Und Exile-Forst-Ding. Nochmal zwei? Ach da. Kein Bock! Das ist aber nicht mit mir, B. Das ist echt schlecht. Ich kann nicht alles mit der Dame hier machen. Oh nein. Hier, das vielleicht. Ja, davon habe ich ein paar. Das ist gut. 15? 20? Ah, sowieso. Ich halte das viel Leben. Und der ist scheiße stark. Okay. 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 Boah, das nervig hätte ich erst. Nein! Das war richtig scheiße. Ja. 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 Das war's für heute. Okay. Da oben. Alles klar Sebe. Ciao, ciao. Schön, dass du da warst, äh, da warst. Greta Theotica. Hm, gut. Gefällt mir gut. Na endlich. Jetzt wollte ich erstmal erkochen. Hilfe. Wieso nicht? Okay, kann doch nicht kochen. Ah. 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 Hallo, wo bist du? Ja klar, bleibt da stehen. Alles easy. Hä? Mach deine, mach deine Mission, mach dein Ding da. Hä, jetzt ging das? Oder? Hä, es ging doch gerade nicht. Bin ich verwirrt. Okay, jetzt muss ich auf jeden Fall weg. Oh, meine kleine Nachfahrein. Dieser Mechanismus ist mit der Spitze des Schreins verbunden. Verwende deine Blitzkraft, um die vier Energiespeicher aufzuladen. Dann erwacht die Maschinerie zum Leben. Den einen haben wir ja schon gefunden. Verfolge meine Anweisungen. Okay. Deswegen rot. Ah, okay. Das kann sein. Okay, ich mach kurz das und dann port ich. Ich kann doch hier importen, ne? Ja. Äh. Längst Karte. So. Ey, der Boss wurde richtig haarig. Und ich hab keine Maxi-Sachen. Ich hab so wenig zu essen. Gefühlt muss ich erst mal jagen gehen, ne? Oder einkaufen? Ne, einkaufen ist zu teuer. gibt's. Ich habe yellow. Wie geht's dir? Aber dann questo natürlich nicht leve. Auch brunch. Und ich hab noch mal. Ich habe noch zwei Feen, das ist gut. Kraftdoms ist wichtig, das werde ich brauchen. Alles verkochen, wird so viel Essen brauchen. Oh, das könnte gefährlich sein. Okay, Omelette, sehr gut. Ich mache auch die Leuchtpilze. Ja, muss ich. Ja, muss ich. Moin, Malta. Mein Fünf-Sterne-Restaurant. Geht so, glaube ich. Pilze mit Pilze ist jetzt nicht so das geilste. Tomaten mit Tomaten. Kochtomaten. So. Dampfobst, sehr schön. Ich glaube, den darf ich auf gar keinen Fall benutzen. Ich glaube, das Allermeiste habe ich jetzt. Die benutze ich auch nicht, falls es das Wild-Set später gibt und ich das damit leveln kann. Okay, das muss reichen für den Boss, hoffe ich. Ich glaube, das muss ich jetzt so gut sein. Ah, so. Sieh dich hier gut um, Link. Fünf Holzpfeile. Gehen wir mal hier lang. Soll es zumindest da oben lang gehen. Oh. Boah, krieg ich's nicht, ne? Hm, ich glaube, es reicht nicht. Ich meine, ich könnte es krumm machen. Die Frage ist, ich weiß gar nicht, wo es hin soll. Wir merken uns das mal hier. Oder? Soll das hier ran? Ich mach's mal wieder krumm. Oh, ich glaube, es ist eigentlich nicht, dass es krumm sein muss. Ist wieder zu krumm. Soll das hier ran? Vielen Dank. Zu hoch, ne? Und es fällt um. Ich lasse das mal ein. Oder? Ich klebe es. Wir sind ja zwei. Ich habe noch eine Idee. Die Sache ist, es bleibt ja auch nicht so stehen, ne? Es fällt ja um. Ah, ich habe es. Oh mein Gott, bin ich schlecht. Gott, bin ich schlecht? Wieso bin ich so scheiße in dem Spiel? Oh mein Gott. Wieso bin ich so schlecht in dem Spiel? Hilfe. Wieso bin ich so schlecht? Hilfe. Das hat viel zu lang gedauert. Das war richtig schlecht von mir. Das war richtig, richtig schlecht. Hilfe. 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 Oh Gott. Hallo. Wo bist du? Kommt die mir nicht hinterher? Wo ist die? Wo steckt die? Da ist sie. Hallo. Hallo. Oh, keine Waffe in der Hand. Perfekt. what? Ja. Frau. flbest. Oh Gott. Oh, jungen, jungen. Oh Mann, ich laber auch immer den Falschnamen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Vielleicht kann man ja, wenn man alle hat, das irgendwie anders lösen. Okay, dahinter will ich hin. So, und Spiegel. Was gibt's denn hier? Hier muss das Licht hin. Oh Gott. Oh Gott. Aha, da ist der Spiegel. Geht soll der da rein? Ich kleb den hier vorne hin. Okay, da ist der Spiegel. schön 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 mir gefällt der tempel auch gut also ich muss echt sagen die arche war echt der schlimmste tempel der war irgendwie so vielleicht auch weil das mein erster war i don't know aber der hat mir am wenigsten spaß gemacht das wasser ding das war schön überschaubar der ist auch super überschaubar aber der das luftschiff war irgendwie doof noch link dahinter geht es nicht weiter ja 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 das ist echt schlecht ja aber ich will jetzt mal 2 waffen Die Schreine ist schwer Ähm Nee Kann man nicht unbedingt sagen Würde ich nicht sagen Also der Orni Tempel der Wasche hat mich schon irgendwie gefordert Aber Wasser war nur eine Stelle ein bisschen komisch Und der hier ist überhaupt nicht schwer Außer weil ich nicht weiß wie ich da oben hinkomme Ich komm immer noch nicht drauf klar Hilfe ich komm immer noch nicht drauf klar Guten Hunger Cats Das ist falsch Toll 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 Was ist das? Gut, ein einziger Energiespeicher noch. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig war. Kommt mir so voll, als wäre es nicht richtig. Das ist auch doof, dass ich keine Karte habe. Ach, guck mal, hier ist noch einer zum Anleuchten. Und da ging es dann auch durch. Okay, hier muss ich hinleuchten. Wie geht das denn? Wie geht das denn? Ich weiß noch nicht. Ich weiß nicht, wie ich es selbst passt, oder? Was ist das? Die hält mir Bocklins fern, also richtig besonders ist das nicht, aber die hat halt 3 Death, so viel wie meine anderen Kopfbedeckungen auch. Was ist das? 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 Das war schlecht. Was ist das? 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 Was? Wow! Was ist das? Was ist das? Oh Gott. Jetzt der Boss. Und ich habe den Boss Raum schon gesehen. Der sah nicht einfach aus. Kleine Arena Vielleicht kommt auch erst die Arena und dann nochmal der Boss Einfach ist anders Wo ist die denn jetzt? Ah da Sehr gut, damit sollte sie Schöner Tempel War bisschen Schiss vorm Boss Also echt Echt Schiss vorm Boss Boss hat mehr Angst vor mir Also wenn das stimmt, was einer eben gesagt hat Dass die Bosse und Gegner stärker werden Umso mehr Titan ich besiegt habe Dann macht es Sinn, dass der hier so viel Schaden macht Stell dir mal vor, du machst den hier als erstes Und er macht irgendwie 6 Herzen Schaden oder so Das macht ja keinen Sinn Also wenn jetzt hier diese Riesenechse drin ist Das ist nett, ne? Nein, nein, nein Zeit, nein Zeit Kann ich vielleicht Elektro-Pfeile machen? Alter, ich mache so wenig Schaden. Das zieht so viel ab. Was natürlich hilft. Alter. Irgendwas mit 3 oder 2 oder so. Zu viel. Ich gehe mal auf Angriff. Okay, Half-Life. Jetzt macht die bestimmt die Dinger da. Ich muss gucken wegen Elektro-Pfeilen. Das ist sonst zu hart. Das hat sich ja gar nicht gelohnt. Alter, wie wild. Das ist doch viel zu krass. Guck mal. Jetzt hast du ja auch noch so schnelle Läufer. Wie willst du das denn machen, wenn du die immer wieder anlabern musst auch vorher? Das ist ja un... Hallo? Alter, das ist zu krass. Ja. 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 ein kleines Vieh schon macht. Das Licht? Vielleicht möglich keine Sonne? Könnt sein. Ich glaube hier kann ich nicht angegriffen werden. Ja ja, hier konnten die nicht rein. Ja ja. Habe ich nicht eingesetzt? Ich habe nicht eingesetzt. Ach du Scheiße. Jetzt habe ich es gleich. Oh Gott. Danach einfach 5 Stunden gucken für den nächsten Tempel. Ist so. Also. Aber ab jetzt kann ich ja auch alle schreienden Herzen machen. Und ab morgen. Habe ich auch endlich mal die Rüstung ein bisschen stärker. Da muss ich überlegen. Ich laufe mit 5 Verteidigungen rum. Danke Rui. Junge. Das war auf jeden Fall bisher der schwerste Boss. Weil da einfach so viel los war. Aber die Fähigkeit von der ist wenigstens nützlich. Besser als die von Siron. Oh noch ein Herz. Die Sache ist halt, dass ich das Gefühl habe, man findet echt weniger Maxi Sachen. Überleg mal Breath of the Wild hatte ich nach 20 Stunden irgendwie 30 Maxi Items. Maxi Rübe, Maxi Trüffel und so. Riju. durch deren adern mein blut fließt sei gegrüßt diese stimme warst du es die immer zu uns sprach ich bin deine ahnen aus einer längst vergessenen zeit durch meine insta story im dienste des ersten königs von hyrule und die weise des donners wie du kämpfst wie du den blitz lenken kannst war ich du bist meine erbe eine zier für den stamm der gerudo das den sandsturm erzeugen der ungetüme war ja ja titan das war jetzt kein titan das war eine festung also wäre es eher ein dungeon aber ein fliegendes schiff oder das andere war ja auch eine fliegende festung also das ist ja wortklauerei ornititan ja komm dass es ornizoras gerudos und geron gibt ist ja wohl kein spoiler also wenn das ein spoiler ist das gucke ich mir jetzt nicht noch mal an weil das habe ich mir jetzt schon zweimal angeguckt das werden wir überspringen glaube ich ja das überspringen ist genau der gleiche rotz wie bei den anderen beiden auch ich hatte gedacht dass da ein bisschen mehr story kommt aber es genau das gleiche das werden wir komplett überspringen das genau mal genau das gleiche bei den armen beiden es ist mir vorbestimmt an links seite zu kämpfen es gibt viel zu viel ja ja das überspringen wir ist einfach das gleiche wie bei den zoraus und orniz und jetzt gleich kriege ich einfach wieder die fähigkeit das können überspringen das zeitfresser ich muss ganz dringend mal auf toilette so bestimmt der sandstrom auch das denke ich auch ich will auf jeden fall die mission machen mit diesem feuer am liebsten allen aber auf jeden fall die mission von der frau die die rüstung sachen verkauft da gehen wir als erstes haben bis zum nächsten Mal Das muss ich auch noch machen. Was mache ich? Ich würde sich an den Tormadynen sehen. Das mache ich. Das ist erstmal das Wichtigste. Dann kann ich nämlich das Feuer-Ding nehmen für den Vulkan. Ich habe doch noch zwei Schreien. Ich kann auf jeden Fall Energie gleich mal voll machen. Ach mir ist wieder warm. Habe ich noch was für Wärme? Ich mache erstmal den Schrein da. Was kommt wohl an den Daumen? Leute, was kommt an den Daumen? Alter, sind die nervig. Der hat mich komplett gekillt. Was kommt an den Daumen? Was kommt an den Daumen? Oh, was kommt an den Daumen? Oh, so ein Ring. Ja, ja, aber in welcher Fähigkeit? Hm. Der einfache Hitze-Schutz reicht nicht. Das ist ja Treibsand. Das ist ja Treibsand. Das ist ja Treibsand. Okay. Also, das ist ja mal Asi. Hm. 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 Ja, sag! Ja, sag! Willst du mal bitte meine Ruhe haben? Oh Gott, den nehme ich. Das hätte ich Dreck machen sollen. Wie viele? Ach man. Ja gut, da habe ich vorher nicht gesehen. Wusste ich nicht, dass hier auch Steine runterkommen. Scheiß drauf. Wasser, Luft und Blitz. Ja, Feuer fehlt noch. Und dann fehlt noch ein Fünfter. Oh, nicht wieder nackt ausgewichen. Oh. 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 Gott! Oh, da einer noch. Oh, da einer noch. vielleicht geist ich denke bei der fünfte wird irgendwas von zelda sein also irgendwas göttlich ist also so sonne langweilig mäßig wissen auch nicht was der fünfte ist wenn ich den vierten gemacht habe wissen was was dann noch kommt stimmt geist und schatten gab es können auf teil und ist ja viel oldschool mäßiges dabei und hat ja auch was mit zeit und vergangenheit und so zu tun könnte also gut passen jetzt muss ich so ein molder den killen wetten das ist doof guck mal ich muss ja jetzt erstmal die eine finden da muss die ansprechen damit ihr das macht und dann geht es ist voll nervig finde ich zumindest was das nervig ist weil ich fast oh ja die kommen die gerufen oh gott oh gott ach du scheiße ja 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 ich habe ja nicht das ist das Allerwichtigste. Ja, das mache ich. Ich komme sofort. Da komme ich sofort hin. Kriege ich jetzt noch Stuff von dem Moldora, den ich besiegt habe? Ja. Nimm ich. Ratterbogen nehme ich. So, direkt zurück. Das kann weg. Ich versuche alle zu holen, ansonsten würde ich nur das Feuer-Ding holen, dann geht es zu den Gronen. Aber vorher noch. Boah, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt auf Energie gehen soll. Die machen alle so viel Schaden. Vielleicht gehe ich auf Herzen. Es hängt auch ein bisschen davon ab, wie der Endboss, also der Boss bei den Gronen ist, wenn ich ehrlich bin. Irgendjemand von euch hat doch den Gronen, Matt glaube ich, ne? Irgendwann hat der Gronen-Boss doch schon gemacht. Ist der einfacher? Also ist der einfach oder schwer? Ich meine, hätte ich Energie wenigstens schon mal max, muss mir da keine Sorgen mehr machen. Ich mache die Energie voll, dann habe ich das weg. Wenn man jetzt so viel Schaden macht. Okay. So, wo war das jetzt hier? Ich will einkaufen. Das sah doch hier eben nicht so... Das sah doch hier eben anders aus. Was ist da? Ich könnte schwirren, dass das hier eben irgendwie anders war. Teil der stummen Statuen. Nee, das ist ja hier nicht richtig. Ach, die haben ihre Shops jetzt wieder oben. Gecheckt. Einfach auf 500. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. Es gibt gar keinen Feuerschutz. 2-4 1-4 2-4 3 3 4 4 5 Ich brauche 4 Diamanten, 10 Feuersterne, 1 Gerudo-Mäusser, 1 Gerudo-Schild. Hau rein, das wird eine Langzeitaufgabe. Okay, es gibt kein Feuerstürmer, ist aber auch egal, brauche ich jetzt erstmal nicht. Ab zum nächsten. Okay. 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 Danke, danke euch allen. Okay. 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 Ich mag keine 10 Stunden, ne, eine Folge nehme ich auf. Also noch 5 Stunden ungefähr. Okay. So. Okay. 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 Was war ich denn da? Was war ich denn da? Was war ich denn da? Was war mit deinem Arbeitgeber und Schlafrhythmus? Was war mit deinem Arbeitgeber und Schlafrhythmus? Die drei Schichten? Was war ich denn da? Ich fühle mich richtig wie so ein Bauarbeiter, wenn ich so durch die Lava fahre. Mäh, 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 Mäh. Stopp. Abladen. 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 Draulich hin. Vamos zu gehen! Blue Airline. Es geht wieder los, Leute. Wir haben gleich einen ganz leichten Schlenker hier um... Den Schlenker schaffe ich nicht. Aber den Schlenker. Jetzt einen schönen Schlenker um die Säule. Das wird wieder eine Traumlandung. Ich verspreche es euch. Nase runter. Und Absprung. Easy. Ich bin da kein Überlebenden. Doch, war doch super. Ich bin da. Ich bin da. Okay. Weiß eigentlich schon jemand aus dem Chat, wie man in den Krogwald kommt? Ich weiß nicht, wie man in den Krogwald kommt, wie man in den Krogwald kommt. Ich weiß nicht, wie man in den Krogwald kommt. Ich weiß nicht, wie man in den Krogwald kommt. Ich weiß nicht, wie man in den Krogwald kommt. Ich weiß nicht, wie man in den Krogwald kommt. Ich weiß nicht, wie man in den Krogwald kommt. Ich weiß nicht, wie man in den Krogwald kommt. Ich weiß nicht, wie man in den Krogwald kommt. Ich weiß nicht, wie man in den Krogwald kommt. Gibt es den Krogwald überhaupt? Ja, den gibt es. Das reicht schon. Gibt es den Krogwald, aber man kommt halt nicht rein. Ist so ein schwarzer Nebel drüber. Ich weiß nicht, wie man in den Krogwald kommt. Ich weiß nicht, wie man in den Krogwald kommt. Ich weiß nicht, wie man in den Krogwald kommt. Hanf ... ... Drei, sechs, neun. Zwölf, vierzehn hab ich jetzt. Oh, 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 oh. Wie alle am, alter Schwede, sind die am Essen. Ich freue mich, Steven. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Was soll jetzt bitteschön das Problem hier sein? Macht die Basalt-Luken zu und hierher mit euch. Und zwar ein bisschen plötzlich, ja? Gar nicht. Kannst du da mal googeln, wo ich den Typen finde, wo ich meine Crocsamen eintauschen kann? Oh, oh. 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 Ich hatte den schon mal besucht, ja. Am Spähposten. Spähposten bei Maronus. Wo ist denn der? Na, ich meine, wo ist das ungefähr? Norden, Süden, Westen, Osten. Damit ich nicht die ganze Karte danach absuchen muss. Am besten in welchem Gebiet, das wäre noch besser. Bei unserem Spähposten. Bei unserem Spähposten ist der. Gut, ich mache das mal eben, weil ich brauche echt ein paar mehr Waffen, die ich mal ein bisschen sammeln kann. Schilde und Bögen sind okay, aber ich brauche unbedingt ein paar Waffen. Da ist er doch. Okay, das ist dann hier quasi unser Zentrallager, fühlt sich so an, ne? Guck mal, Zoras sind auch hier. Ich würde aber interessieren, woran das liegt, dass man nicht in den Wald kann. Und ob man später, vielleicht später da hin kann. Kann sein, dass da Endgame-Stuff ist, ne? Was ist dann doch das wieder? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, immer so weiter Oh, immer so weiter Ich finde die Musik hier hat voll was von Star Wars mit den Trompeten Oh, immer so weiter Wieder zwei Sämtchen Oh, immer so weiter Ich habe keine andere Möglichkeit, das kaputt zu machen, ne? Außer mit Waffen Mit Waffengewalt Guck mal, so eine Waffe hat früher immer die Dinger kaputt gemacht Diamant, das war huge Diamant, das war huge Okay, das hat sich gelohnt Diamant sind 500, das hat sich übel gelohnt Ich brauche keine Waffen, ich brauche keine Waffen So, so weiter So, weiter Jetzt geht es hier runter Gar nichts Okay Kleidungsstücke Kleidungsstücke Ich bin ganz ehrlich, die einzigen Kleidungsstücke, die mich aktuell interessieren, sind die von Rauru Und dafür muss ich ja voll viele von diesen Majoy-Dingern killen Und ich würde sagen Das machen wir dann, wenn ich im Hintergrund bin Das heißt, nach dem Titan hier Jetzt erst für den Titan hier machen Und ich würde sagen, wenn ich im Hintergrund bin Gut, ich habe keine feuerfeste Kleidung, wie sieht es mit Essen aus für feuerfeste Sachen. Ah, ha, ha, ha. Oh. Ah. So. Also der Plan ist erstmal nicht alle Crocs zu sammeln, nein. Alle Schreine, alle Kleidungsstücke, alle Bosse besiegen und so. Aber Crocs ist eigentlich nicht so mein Plan. Ich wollte nicht abhauen. Oh. So. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das wird aber wieder sein wie im BOTW, man braucht nicht alle 1000 Crocs, um seine ganzen Taschen voll zu machen. Also die Fähigkeit von ihm haben wir ja jetzt schon gesehen. Und das bedeutet, die Fähigkeit kann ich benutzen, um dann Materialien zu sammeln, ohne Beine Waffen zu benutzen zu müssen. Gott sei Dank. Die hatten halt die Wahl, entweder, weil ich muss mal eben lesen. Na, sag ich ja, das jetzt ist die... Die hatten halt die Möglichkeit, entweder die Sattel lassen es raus, überarbeiten das ganze Waffen-Taschen-System. Und enttäuschen ein paar Fans, weil es gibt auch Leute, die lieben das mit den Crocs sammeln. Es sind halt auch viele kleine Rätsel in der Overworld, ne? Ich bin mir froh, du hättest das nicht, dann wäre die Welt tatsächlich ziemlich leer. So hältst du halt immer Ausschau nach Crocs. Oder die lassen es drin und treiben es noch weiter auf die Spitze. Okay, ab in den Todesberg. Also, ich hasse die ja, die Titanen im Breath of the Wild. Und ich bin richtig froh, dass die hier nicht mehr gibt. Die Dungeons-Titanen, die es hier gibt, sind so viel spaßiger. Goldener Kackhofen als Belohnung. Ja, was sollen sie sonst als Belohnung geben? Die dürfen nichts geben, was wirklich nützlich ist. Weil es dann viel zu unfair wäre. Das hast du ganz oft in Spielen. Das hast du auch schon oft bei Zelda-Sachen. Bei Wind Waker gab es eine Sammelbelohnung, wenn du Fotos von allen möglichen Sachen gemacht hast. Das gab es ja in 100%-Runs. Und die Belohnung war auch richtiger Müll. Also, die dürfen da nichts geben, was richtig nützlich ist. Weil es dann unfair wäre. Wie soll denn Normalo alle Crocs sammeln? Also, erstmal geht das ohne Guide sowieso gar nicht. Und zweitens, stell dir vor, diese, ist so Trophäen wie bei Playstation. Wer soll das denn machen? Das macht ja niemand. Das hätte ja nicht mal 1% der Spieler. Das kannst du dann also einfach nicht machen. Das macht dann also schon Sinn, dass es so eine Kackbelohnung ist. Alles andere wäre ja komplett unfair. Was weiß ich, wie viele sich aufgeregt hätten, wenn du da am Ende so ein OP-Item bekommst oder so. Jetzt habe ich schon komplette Energy und komme immer noch kein Werk hoch. Das macht also aus Videospiel-Sicht schon Sinn. Aus Entwickler-Sicht. Und wie ich bei BOTW auch schon gesagt habe. Die haben extra doppelt so viele reingemacht, als man braucht, damit auch ein Normalo die Möglichkeit hat, genug zu finden, um seine Taschen zu befüllen. Das macht ja nur Sinn. Also eigentlich ist das voll das gute Feature. Dass ein paar verrückte dann alle Crocs suchen, weil sie hoffen, sie kriegen was Tolles. Das machen ja nur Verrückte. Da habe ich nicht mal vor 6 Jahren dran gedacht. Bei BOTW. Rubine wie in Ocarina of Time. Ah, für die goldenen Skulptulas. Als ich herkam und mich umgeguckt habe, da stand Prinzessin Zelda irgendwo hier. Wäre aber auch zu OP hier, weil hier gibt es halt richtige Shops. So ein Schotter sieht ganz so aus, als hätte ich den Rest komplett vergessen. Wisst ihr, was ich bisher nie verstehe? Wir haben so oft schon Zelda irgendwie weggehen sehen oder irgendwo stehen sehen. Link ist nie da hingerannt. Voll komisch. Normalerweise würde er da voll hinrennen. Zumindest mal nach dem dritten, vierten Mal. Ausgeburt des Todeswerk-Kraters. Il Vazia. Sehr cooler Boss. Sehr cool. Jetzt Attack on Titan. Ey, das ist übel nice. Ja, was machen wir denn jetzt? Sieht aus, als würden wir eine Runde fliegen. Alter, ist das nice. Das ist nicht Attack on Titan. Das ist was anderes Geiles. Wenn wir ihn nicht weiter umtreffen, sind wir geliefert. Okay. Gar kein Problem für mich. Und jetzt Sturzangriff. Kamikaze. War geil. Also so ein Geil. Das macht so Bock. Bei den Skull 2, das hat man glaube ich 50 bekommen. Mit 200. Ja, das Rubine-Thema ist echt ein Thema hier bei COTK. Das war bei Breath of the Wild viel besser. Guck mal, ich hatte am Ende von Breath of the Wild 15.000 Rubine und habe alles upgraded. Und das ist easy, weil ich einfach ganz easy die ganzen Leuchtsteine und so gefarmt habe. Ich weiß noch nicht, was hier die beste Methode ist, um Rubine zu farmen. Boah, das hat gerade so Bock gemacht. Ich hoffe, wir können das gleich nochmal machen. Das war echt mit Abstand das Coolste, was wir hier bisher gemacht haben. Sturzangriff. Ich glaube, es sind immer zwei Rubine. Für 100 Euro, ich glaube, es sind immer zwei Rubine. Ich glaube, 50. Oh, sind wir jetzt das erste Mal im Untergrund? Ach, alte Karte ist Untergrund. Aber wie... Aber wie witzig, dass ich jetzt... Ich bin das allererste Mal im Untergrund nach. Steht hier irgendwo Spielzeit? Nach. Steht da nicht, toll. Nächste Frage, habe ich noch leuchten? Nein. Ich finde es geil, wie gut ich vorbereitet bin. Ich bin so arschgeil vorbereitet. Da steht irgendwas mit... Was ist das denn? Bei YouTube... Bei YouTube... Bei YouTube haben die... Bei meinem Leak gesagt, dass das schon bekannt gewesen wäre, dass es den Untergrund gibt. Klar wussten wir, dass es den Untergrund gibt, aber doch nicht in dem Umfang. Zirka 25 Stunden, ja krass. Steht was von... Von Sonne. Kann ich hier stehen oder was machen? Kann ich hier stehen oder was machen? Da ist was von Sonne. Also ohne den Orni-Luftzug könnte man das auch hier gar nicht schaffen. Wie habt ihr das bitte ohne Orni gemacht? Also den kannst du ja gar nicht als erstes machen. Also ich komme mit dem Orni-Ding selbst nicht dahinten hin. Hä? Ist das ein Boot? Komm, ich habe einen Krogball. Komm, Madi hau raus. Komm, ich habe einen Krogball. Komm, ich habe einen Krogball. danke mal die sowas hatte ich mir schon gedacht ehrlich gesagt dass man durch den untergrund dahin muss so jetzt ist erstmal die frage wie komme ich hier wieder weg hätte ich von da oben direkt dahin muss bestimmt ich habe es verkackt ich habe es einfach direkt verkackt das heißt wieder raus porten und noch mal hier rein springen ja 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 master fährt dieses mal nicht herzabhängig das bedeutet theoretisch könnte man direkt hin und sich sohlen aber ich mache jetzt den titan und danach geht es aber den untergrund würde ich sagen danach mir erst danach noch die luft sachen weil in der luft sind noch ein paar schreien die ich haben will und dann könnte man in abgrund in untergrund nein was nein wieso ist da jetzt eine fahne letzte position alter wie groß das ist guck mal hier sind überall so leuchtlinger oha da geht es ab bin ich eben genau auf diesem stein gelandet wo ich nirgendwo hinkommen ich hätte einfach nur hier landen müssen alles sehr gut gewesen ich glaube da ist ein stahloks stahloks die sturzflug wo bin ich ich habe ja die übelste auswahl die Das war's für heute. Meine Ausdauer ist voll. Meine Ausdauer ist voll. Meine Ausdauer ist voll. Ich gebe mir ein bisschen auf die Nerven, da ich hier gar nichts sehe. Ich überlege, ob ich mir erstmal Leuchten wieder mache. Ich gebe mir ein bisschen auf die Nerven. Ich gebe mir ein bisschen auf die Nerven. Ab zwei Ringe Ausdauer kann ich das schwer ziehen, alles klar. Kriege ich meine Herzen auch immer wieder oder... Ja, nicht so. Ich gebe mir ein bisschen auf die Nerven. 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 Ah, Teleportpunkt. Und? Ach, das ist sowas wie eine Karte. Also macht es schon Sinn, sie alle zu suchen. Okay, wo waren die andere Wurzeln? Da. Wo ist eigentlich mein Kollege? Oh. Ich glaube, ich muss erstmal zum Kollegen, ne? Ich hole erstmal die Wurzeln, dann gehen müssen wir zum Kollegen. Hups. Oh, dann wird das hier wieder dunkel. Ja, also wenn ich die habe, ich glaube, ich muss mal rausporten und mir Licht machen. Habe ich noch Leuchtessen, äh, Leuchtzeug? Funkelfrucht? Ja, vielleicht kann ich mit der Funkelfrucht was bauen. Das macht schon Sinn, denke ich. Schaffe ich den Sprung? Sieht aus, als würde ich sie nicht schaffen. Echt zu sein. Vielleicht knapp. Kur! Oh, merren! Auf. � das ist ein weiter weg aber von da aus kann ich runter gleiten ja haut rein das sind viel zu viele gegner das ist ein weiter weg Was macht ein Ehrlicht? Vielleicht fehlen sie sich ja Nutzen für sie. Sag nicht, ich muss die ganzen Ehrlichte suchen. Das kann natürlich auch sein. Allgemein bin ich ein bisschen stuck hier gerade. Okay. So ist denn jetzt hier wieder Brandgefahr? Ja, könnte ich. Und ich bin noch kurz davor rauszugehen. Alter, will er mich abziehen? Bleib mal stehen. Oh Mann ey. Wann ist der so agil? Ich kann gar nicht auf den drauf. Ist hier irgendwas eismäßiges? Oh. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Ich kotze im Strahl, weil mich irgendwas abgeschossen hat mit einem scheiß Pfeil. Was schießt denn da mit dem Pfeil? Das ist ein Feuerstein. Großer Sonau... Ich einfach keine Waffen hab. Ich muss mich mal eben backporten. Ich glaub, es macht dir keinen Sinn. Sammle noch die Irrlichter hier ein, wenn ich schon mal hier bin. Feuertempel. Okay, das ist cool. Feuertempel, Wassertempel. Bestimmt gibt's im Krogwald noch ein Waldtempel. Das würde ich übel feiern. Moin, Möhre. Ich mein, wenn ich jetzt schon mal am Feuertempel bin, kann ich auch mal eben reingehen. Ich hab sowieso so wenig Leben. Und ich muss eigentlich immer noch den Kollegen hier holen. Das war Yonobu. So, wir gehen einmal raus. Es muss sein. Es macht einfach keinen Sinn. Leucht oder Nahrung, irgendwas. Danke, Rui. Nicht porten kann. Am Anfang nicht porten kann. Ja gut, das ist das Tutorial, Möhre. Das ist das Tutorial. Das ging bei Pokémon auch nicht. Zum Beispiel. Oder es gibt sogar Spiele, da kannst du dich gar nicht porten. Man sollte eher glücklich sein, dass man sich überhaupt porten kann, finde ich. Nach Angriffsstärke. Nachttyp. Was ist das? Das Problem ist, ich habe echt wenig Sachen zum Kochen und ich habe keine Funkelsachen. Was ist das denn? Ich habe doch noch so Leuchtsachen, oder habe ich die alle verkauft? Da, Leuchtsamen. Macht gar nichts. Was kann ich damit machen? Füllt an Ort und stellt sofort eine Pflanze, die ein zartes Flöchel von sich gibt. Gut, das bringt mir nichts. Es gibt so Funkelpilze. Ich weiß gerade gar nicht, ob mir Funkelsachen was bringen. Ich weiß gar nicht, was mir überhaupt gerade was bringt. Leuchtsamen kann ich, kann ich, ja, ja. Nie was zum Kochen, same, ja, ist echt so. Ich weiß gar nicht, was mir geht, aber ich weiß gar nicht, was mir geht. Und dann nach den drei Schreiben, nach den drei Schreien ewig zum Tempel laufen. Drei Schreien, verstehe nicht. Nach den drei ewig zum Tempel laufen. Ja, aber das ist das Tutorial-Möhre, also. Wer war das gestern? Jojo, der sich darüber aufgeregt hat, dass man, wenn man seine Waffentasche erhöht, öfters A drücken muss. Jetzt kommst du, dass man in den ersten zwei Stunden nicht sofort porten kann im Tutorial. Überleg mal Dark Souls. Wann konnte man da das erste Mal porten? Nach zehn Stunden im Game oder so, wenn du es soweit geschafft hast. Also, ihr habt, ihr habt komische Ansprüche an Spielen. Dann spiel doch am besten Mario. Level für Level. Eldenring. Gut, Eldenring kannst du sofort porten. Aber bei Eldenring kannst du auch nicht aus Dungeons, also aus Schreien raus porten. Aus Verliesen. Das war auch nervig. Das muss ja ein bisschen schwer sein. Das wird doch zu einfach. Dann meckert ihr wiederum, dass das Spiel zu einfach ist. Ich kenne euch doch, ihr Rabauben. Ich war auch gefragt. Bei Zelda. Also, ich hab, das Tutorial war ja schon schwer, aber da lernst du ja alles, du lernst ja alles ein bisschen die Welt kennen. Es soll ja auch ein bisschen anspruchsvoll sein, dass du irgendwo hinkommst. Wenn du dich einfach doof zum Tempel der Zeit hin porten kannst, dann wird es irgendwie witzlos, finde ich, oder? Die Ehrlich, dann nehm ich mit, wer weiß wofür. Ey, wer ist da? Reiseschwert, das werde ich mir direkt mal konfigurieren. Ich hab keine Ahnung, wofür man die Ehrlich da braucht, ne? Aber ich will sie sammeln. Am Ende kommt irgend so ein Sammler, will 50 Ehrlich da haben und ich hab 49. Ich kenne mein Glück. Und der Sammler gibt einem dafür ne richtig geile Kleidung aus, ne Leuchtkleidung. Ich kenne mein Glück. So genau so wird es sein. Deswegen alle Ehrlich da einsammeln. Wir müssen zu Yonobu. Ist halt nicht gerade mit dem Gleiter. Für mich war der Anfang auch übel schwer. Ist halt deine Ehrlich da. Gratis. Leuchtrüstung gibt es in Kakariko. Die normale Leuchtrüstung, die wir kennen, oder eine extra Leuchtrüstung für den Untergrund. Komme ich von hier aus, dahin, die nehme ich auf jeden Fall mit. Ich finde, Rubin ist echt ein Thema. Da müssen wir uns mal was überlegen, was am sinnvollsten ist, um Rubine zu sammeln. Komm, was gibst du? Ist hier irgendwas bei mir am Verbrennen? Wenn ich es nicht aus der Tasche nehmen kann, wie... Ich hatte die ersten 10 Stunden nicht mal Zundnaht oder so. Lenkelement, oder? Cool. Ja. 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 Genau, ich wollte mal so einen Leuchtsamen ausprobieren. Doch, gut. Okay, dann behalte ich mal auf schnell... Auf schnell... Auf Short-Card. Werfen geht einfacher. Aber wie werfen die? Dann muss ich ja immer hier hin. in die Hand... Wie werbe ich die denn? Hä? Wie wirfen wir die denn? Alter, das war ein gutes Stück Karte. Das hast du total nicht gespielt. Warum bist du jetzt so? Da muss ich ja immer eine Waffe werfen, Rui. Nein? The Lớp. Erich?! Komm! Komm Komm schon, mir! Ich klaraional, ich mera. Ichあ denke, Du bientôt! Diese Bombbing mach inserte solltest wir viktorisch. Ich nehme mich einfach aucker. Ich gehe mal bio Roleleire. Ich hatte gehofft, dass es irgendwie Steine gibt. Oh... Oh... Da oben wären... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, die können wir eben killen. Die machen ja gar keinen Schaden. Die kann man ja einfach abfarmen. Oh, was ist das? Ach, das ist so ein Vieh. Ach, das ist so ein Vieh. Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott. 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 Ok ich bin zufrieden. Zurück ab in den Feuertempel. Bleiben die Blumen dann für immer? Das ist eigentlich voll gut. Da ist wieder ein Dude mit einer Waffe. Ein Reiseschwert. Dreck bauen. Bauen, bauen, bauen. Jetzt kommt die Blumen. Das ist ganz schön. Aber die Blumen. Da ist dein Geist. so krieg ich gute waffen am start was denn hier am brennen so abfahrt zurück voll gut dass hier überall die dinger mit den waffen rumliegen reisezweihänder let's go den mache ich mir auch schön richtig schöne waffen baue ich mir 27 du warst in der zelda sucht quatsch wir sind in der ost kann ich den kaputt machen bringt das was also kann ich auch die eine mission jetzt machen was das komm her du doof großes sonarium ach da sind diese sonarium dinger eigentlich müsste ich mal wieder ins tutorial gebiet und da die ganzen steine noch mal abfahren und man konnte da auch die batterie erhöhen darum habe ich mich auch noch gar nicht gekümmert mal die batterie erhöhen wo ist mein auto ist mein auto weg das despawn das auto despawn einfach frech da dann scheiß aufs auto oder komme ich dumm ich komme da bestimmt mit dem auto hoch das ist ein croc also wenn ich was von crocs weiß dann dass es hier ein croc ist das ist ein croc der hätte ich einiges drauf gewettet also das das Okay. Okay. Wisst ihr was cool wäre wenn man seinen Geistern noch andere Waffen geben könnte damit die noch stärker werden wäre wahrscheinlich zu op aber finde ich cool oh ein Junge Ich habe nicht mehr so viele Pfeile sehe ich gerade. Ich habe nicht mehr so viele Pfeile gesehen. Ich habe nicht mehr so viele Pfeile gesehen. Ich habe nicht mehr so viele Pfeile gesehen. Aber wie Rui schon gesagt hat, es gibt so viel zu tun. Ich habe nicht mehr so viele Pfeile gesehen. 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 Ja, dann ja. Wie kann Wasser in einem Vulkan sein? Es macht doch keinen Sinn, dass wir hier rumlaufen, aber Wasser in einem Vulkan macht gar keinen Sinn. Oder? Hoffentlich geht das. Klar geht das. Da ist eine Waffe, ich nehme nicht mit. Soldatenschwert. Shiny Soldatenschwert, seht ihr das? So kann ich das hier nicht aus der Tasche nehmen? Muss ich doch sagen. Ja. Ja. Jetzt gehts ab in den Tempel. Oh, da ist noch so viel Ehrlicht. Ich nehme das mit. Weil da ist auf jeden Fall das Ding. Oder irgendein Ding. Ich brauche die Ehrlichte. Ich spüre das richtig, wie ich die brauche. Was denn da oben? Ein super Ehrlicht. Ehrlicht groß. Plus 5. Na gut, es hat sich nicht gelohnt, aber gut zu wissen, was es ist. Weiß irgendjemand, wofür diese Ehrlichter gut sind? Schon. Bestimmt gibt es sie überall im Untergrund. Und nicht nur hier. Hier. Und wäre ich damals an der zentralen Stelle runtergesprungen, dann wüsste ich es jetzt wahrscheinlich auch schon. Aber es ist eigentlich ein super Start mit Goronia und dann im Untergrund. Kann zum Spähposten tauschen. Oh, cool. Danke, Remy. Feuertempel. Und wie viel gegen was? Sag mal so ein paar geile Sachen. Weißt du das? Geil. Bitte. Alles klar, danke Remi. Ey, das ist der letzte Titan, also der letzte Tempel. Ich bin richtig gespannt, was danach kommt. Oh, bitte die Oldschool-Feuertempelmusik. Oder müsst ihr die dann jetzt schon spielen? Okay. Oh! Ich glaube, ich gehe mal eben gucken am Sperrposten. Boah, der Boss, ich bin gespannt, sieht man den jetzt direkt? Ja, ich bin gespannt. Untertitelung des ZDF, 2020 Geliebter Nachfahrer, das Tor, das deinen Weg versperrt, ist mit fünf Schlössern versiegelt. Nutze deine Macht, um alle fünf zu öffnen, dann sei dir der Einlass gewährt. Ich glaube, das erste Mal fünf. Wir hatten bisher immer vier. Wir machen erstmal den unten. Der ist am weitesten weg. Die anderen sind alle so nebeneinander. Kann ich jetzt hier importen? Ja, das kann ich. Wie viel ehrlich für was cooles. Vielleicht gibt es da irgendwas geiles, was mir weiterhilft. Eine coole Rüstung oder so. So, jetzt die Frage. Wer will ihr Lichter? Weißt du das? Zufällig? Rimi? Wer will die ihr Lichter haben? Ja! Oh! 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 Ja, das ist gut. Ja, Angelstadt müssen wir auch mal hin. Ja gut, es ist Pfeiler, weil es ist bestimmt übel teuer. Ja, kein Geld. Danke. Okay, so Schreine habe ich ja auch schon zwei gefunden in der Luft, ne? Schade, ich hier erstmal quatschen sollen. Okay, Robelo. Wenn der nicht da unten ist, ist der oben, ne? Okay, hier. Tachika. Was der sagt? Unten? Muss ich ihn durch die Tür vielleicht? Ne. Hä, wo ist der? Warte mal, ist der hier unten zum Loch gegangen? Jetzt kein Rubelow. Ach so. 150 dunkel gewandt. Genau das meine ich. Easy. Steven, clipp das mal bitte. Okay, und die Brüder haben die anderen Teile. Bitte clippen Steven. Oder irgendjemand clippen bitte. Clip, danke Rui. Oder egal. Das war's für heute. Okay. Möchte ich damit abladen? Könnte auch sein, ne? Neue Neue Die Pfeile will ich auch Was genau? Was erinnert dich an all der 4? Echt? So, den ersten habe ich Hallo, komm Da ist er doch Ich glaube es das nicht wahr Jetzt komm ich Der Schrein gefällt mir auch Maschala sehr gut bisher Ich sag der Schrein aber ich meine Ey wie assi Ich meine natürlich Den Tempel Das wird so ein geiler Clickbait Wenn auf Youtube das auf dem Thumbnail Feuertempel und Wassertempel steht Oh yeah Lieben wir Da war ne Kiste Können wir mal kurz anhalten Und zurück Ne? Ok Noch nicht Ah wir können zurück Sehr gut Ok Ok Du denkst dir das gibt was richtig krasses und dann kommt so ne scheiße bei rum Und jetzt hast du den Salat Mit um Ja Immer ganz annya Sολ Sonst Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Keine Ahnung wie ich das finde Da ich den jetzt vor dem Karren hab Aber gut ist das halt so Dann ist das halt so Das ist das halt so Geh weg Oh Bernstein 20 Rubine Das hat sich ja schon gelohnt Das ist das halt so Also der fliegt auch manchmal Komisch Hä Das ist das halt so viel essen habe ich ja nicht ne ich hoffe der boss ist ein loser zweites ja Vielen Dank. Oh Mann, den habe ich nicht gesehen. Hm, nervig. Hier ist auch noch eine Kiste. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Das war's für heute. Ich kann mir vorstellen, dass da unten was da weiter ging. Schade, dass man hier nicht die Schiene wechseln kann, weil ich nicht weiß, ob mir das was bringen würde. Gibt es hier eine andere Schiene noch? Das war's für heute. Das war's für heute. Sehr gut. Ja, ich muss hier irgendwie runter oder so. Cool. Okay. 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 So darf ich das nirgends so einsetzen? Okay. Gemeinheit. Hoch da! Schwimm! So. Genau hier müssen wir hin. E2. So Abkürzung freigeschaltet. Ich würde einfach den nehmen oder? Ah, der geht runter. Also da können wir auf jeden Fall schon mal rüber. Da brauche ich nur einen Karren. Wie mache ich die Schranke auf? Schranke auf! Na komm, gehen wir da hin. Ohne Antrieb? Was ist das eigentlich für ein Typ? Ist das ein Verkäufer oder wie? Nee. Ha! Wem klauen den? Wer erinnert sich an den Raben bei Twilight Princess? Die Schranke ist neu. Aber das ist das! Schön ausrauben! Da sehe ich mich. Der Arme! Alter, die Schiene sieht aber wild aus! Mit dem Loch da in der Mitte. Aber ich glaube, die müssen wir es verlieren. Dankeschön. bin ich ja mal gespannt ob das klappt sieht nicht so aus aber gar nicht die abkürzung müsste ja hier irgendwo sein ich habe tatsächlich die idee aber der wagen ist weg da geht es lang ja Okay. Jetzt komm ich! Angela! Ta-dam! Link, es sind noch zwei übrig. Okay. Was? 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 Sala du revoir. Sala du revoir. Sieht eher aus wie EEG, ne? Also ganz unten. Einer noch. Es gibt nur plus 5, ey. Ich glaube, da lohnt es sich sogar fast mehr, die einfach wegzuschmeißen, ne? So. Und der letzte ist da. Das Geile ist mit durch die Decke und so, man kann es halt übel schießen alles. Es gibt hier so einen vorgefertigten Weg. Aber durch das Klettern und Fliegen und durch die Wand und durch die Decke musst du den halt nicht unbedingt nehmen. Da hinten ist es. Finde ich eigentlich ganz geil. Welche Etage denn eigentlich? Ganz oben. Stimmt, das war das Ding hier. Also ich habe eine Idee. Gucken wir mal, ob das klappt. Wieso stehen hier zwei Wagen? Damit man die mergt. Und dann nehmen wir hier eine Rakete. Die gibt genug Schub. Die können so viel Schub geben, dass wir richtig wegfliegen. Ich weiß, ich könnte mich auch einfach selber hochfliegen. Aber wir machen es so. Wir machen es so. Oh. Ich hab noch mal gescheit. Was ist das denn? Jeder Holzpfeiler, okay. Oh jo, ich dachte schon, was ist das denn? Sag mal, das kann ich doch easy klettern. Der Klettermax kann das doch. Oh. Hä? Was? 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 Einmal gegen den? Kann doch sein? Was ist eigentlich Poetを? Hä, wo ist die blöde, ach die ist immer so weit weg. Ich bin so weit weg, ich bin so weit weg, ich bin so weit weg. Okay. Das weiß nicht, Schaffner. Das weiß nicht. Dass ich zu der erst hinlaufen muss, das nervt mich übertrieben. Nix getroffen, das ist ja das assi. Wie soll ich denn hier weg? Oh man! Schon wieder eine Bombe? Lass sie mich wegkegeln! Jetzt komm ich. Als ob ich nicht getroffen habe. Das ist deine Chance, Link! Auf geht's! Das war's für heute. Was mach ich eigentlich wenn ich keine Pfeile mehr hab, dann hab ich ein Problem. Das war's für heute. 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 Das nehm ich aber sofort. Wieso ist Essen eigentlich so ein Problem? Das war's für heute. Das war's für heute. Ein Adel aus einer längst vergessene Zeit. Ein Coronenkrieger im Dienste des ersten Königs von Hyrule. Okay, das wird wahrscheinlich wieder die gleiche Story sein, die wir schon kennen. Deswegen würde ich das einmal überspringen. Das ist das gleiche, ne? Ah ja, das ist genau die gleiche Story nochmal. Das war's für heute nochmal. Dies war die Geschichte des Versiegels. Ah ja, Versillungskrieg. Aber zweimal gesehen reicht. wieso hast du zweimal epona im spiel wenn die pferde aus botw einfach überdommen werden oh wie cool das kann aber nicht sein weil was dann hätte ich ja das gab und pferd das muss ich gleich mal checken aber macht ja irgendwie sind du hast ja irgendwann mal die pferde gesammelt wenn sie aus der gegenehmer nachspielt und 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 Okay, Artic Pura. Zahl sehen. Ich glaube es war die Nordseite. Okay, da müssen wir eigentlich auch mal hin. Ey, so viele Nebenaufgaben, die ich jetzt habe, wo man hin muss. Aber erstmal zu Pura. Jetzt bin ich gespannt. Können wir erstmal das Darkling Kostüm anziehen? Das macht mich sehr glücklich. Bin gespannt, ob man das jetzt verstärken kann. Im DLC von BOTW ging das ja nicht. Okay. 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 Glutmund. Oh, was ist das? Guck, die hat auch so ein Ding. Von der kriegt man aber schon auch einen Ring. Die Prinzessin! Die Prinzessin! Die Prinzessin! Die Prinzessin! Okay, jetzt soll ich in Schloss Hyreos Klingt voll nach Endboss Fight Also wenn das jetzt schon Ende wäre Wäre es ja echt wenig Umfang Also nur Story mäßig Meine ich Ne, 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 aber das machen wir nicht Ich will in den Untergrund Ich springe jetzt Ich hopse jetzt in den Untergrund Das machen wir noch in dieser Folge Am Abgrund des südlichen Spärpostens Wo ist denn der südliche Spärposten? Ach den Daumen kriegen wir jetzt Das heißt der Mittelfinger fehlt noch Wo ist denn der südliche Spärposten? Ach da Okay 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 Ah, ja. Gib mir ein paar. Ah, da. Gedrückt halten in Wurfhaltung. Das geht? Das habe ich doch eben versucht. Ah, okay. Okay, tschuldig. So, let's go. Ich will Ehrlichter. Ich will, was auch immer das ist. Düster, Würmchen. Ich will alles. Obst, das wollte ich eigentlich nicht. Egal. Ich will, was auch immer das ist. Ob es hier auch. Okay, dann macht er es nicht weg. Ob es hier auch. Schreine gibt. Mir wurde gesagt, hier unten würde es auch Schreine geben. Oder? Donnerblumen, nehme ich alle mit. Wichtig. Einfach ein ganz böser One-Hit. Ich will, was auch immer. Jetzt komm mal her. Jetzt da gegen Baller. Ja, das ist auf jeden Fall besser, als wenn die Waffen kaputt zu machen. Safe, safe, safe. Oh Gott, den hab ich auch noch eingesammelt. Nein, den braucht doch keiner. Das können diese Würmchen. Ja. 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 Boah, das ist aber eine ganz schöne Arbeit da. Hier alles einzusammeln, ja Leute, das ist ganz schön viel Zeug. Komm! Da vorne ist Rubelo, heißt Fotomodul. Ich sehe jetzt hier keine Irrlichter, ehrlich gesagt, bisher. Schön. Gut, 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 gut. Oh, einfach gesperrt. Ich hatte eine Kindersicherung drin. Götter. 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 Fimm! Ah! ein bisschen unscharf folgt im untergrund und dann gehe ich zurück zum feuertempel und hole der irrlichter des todes also ich brauche mindestens mal 10 um die anderen statuen zu finden weil ich habe bisher keine davon gesehen so oh Oh! Ah! Okay, so nein. mal eben zehn ihr licht holen weil wichtig dann die beiden anderen statuen finden und gucken wie viel das kostet wenn das jeweils 150 ihr licht kostet dann schaffe ich das frage ist wie doll respawnt ihr licht auch oder respawnte das überhaupt ja ja Könnte ich ja mal gucken, ob es hier irgendein... Oh jo. Grün. Oh, es muss unanion. Okay. Oh, yes. Oh, yes. Ich glaube, das führt da hoch. Aber traue ich mich durchs Dunkle zu fliegen? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ach du Scheiße, komm, wir rennen ja. Wer schießt denn da? Du, Sack. Oh Mann. Okay. Da gibt es schon wieder eine Waffe. Ich habe vier Leute jetzt mittlerweile schon dabei, die machen halt alles schon alleine kurz und klein. Ich finde es auch erstaunlich, dass die Switch das berechnen kann. Also ich weiß nicht, wie high poly die sind, aber ihr seht schon, ich weiß auch nicht, ob das an dem Grafikstil liegt, dass das nicht so intensiv ist, aber erstaunlich, dass die Switch das so einfach, also ich habe ja nicht einmal irgendwie ein Problem gehabt mit den Frames, also oder es ist mir gar nicht aufgefallen. Ich bin bunch von Sch an. Das ist das!" Okay. Oh Gott, die ganzen Sachen. Da ist noch einer. 180 mittlerweile. Ich könnte halt echt mal langsam meine Batterie machen. Ich könnte halt auch mal langsam meine Batterie machen. Ich bin nicht froh, dass ich so viele Leuchtblumen gesammelt habe. Und die auch nicht so wie sonst immer irgendwie dumm verschwendet habe. Die sind jetzt richtig wichtig. Richtig gut. Richtig gut. Habe ich nicht irgendwas eben gelesen, von wegen man kann immun werden gegen dieses Miasma? Wieso ist denn jetzt hier wieder heißer? Oh, da sind große. Oh. 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 Okay. Schade, da ich die nicht einfach grundsätzlich in der Hand behalten kann. Schade, da ich die Hand behalten kann. Und da war die Insel, wo ich eben war. Guck mal, das wäre der Weg auch da hoch gewesen, okay. Boah, das sind richtig viele. Aber ich habe, glaube ich, keine Eisdinger mehr. Aber ich kann, warte, ich kann doch hier das Wasser einfach von ihm nehmen. Oder? So ungefähr. Ja. Okay. 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 Oh Mann, so knapp. Was ich nochmal voll auf Feuer? 20, was auch immer das für ein Ding ist, aber was ist das für ein Crazy-Zoll-Ding? Na, warte mal, das kann ich fotografieren, ja, ne, boah, mit dem Schwert 43, ah, nehm ich, was ich hab, mit dem Schwert 44, ah, nehm ich, ich hab mich gefragt, Alles schön einsammeln. Ich bin richtig in Sammellaune. Da vorne ist immer richtig viel ehrlich. Dann kann ich mir vielleicht sogar schon eine Sache wieder kaufen, wenn die 150 kostet. Wobei der Kopf meistens teurer ist. Obwohl, kann ich mir jetzt schenken. Der macht ja jetzt hier alles hell. Aber ich glaube es gibt keine Schreien hier unten. Das sind die Schreien aka Türme. Und ich glaube auch der ganze Untergrund ist nicht komplett komplett. Sondern so wie auch in Eldenringen bestimmte Bereiche. Die sind nicht komplett alle. Weil hier zum Beispiel ist eine massive Wand, wo man nicht lang kommt. Das wäre auch zu krass glaube ich. So, die drei Ehrlichtdinger hole ich noch. Und dann gehen wir mal zurück. Und gucken wo das nächste ist. Da oben ist wieder so ein Dude. Hier. Kann ich das mal wegschmeißen. Hier das ist zum Beispiel alles massiv hier an der Seite. Da gibt es nichts. Und dann geht es uns. Okay. Das ist doch mal wegschmeiß. Und dann geht es uns. Dann geht es uns. Dann geht es uns. I'll save. Bärnstein, schön. Bärnstein, schön. 170. Okay. Ab zum Sperrpunkt. Sag mir, wo sind deine Kollegen? Alles klar, Steven. Ciao, ciao. 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 so ein loch das heißt von da aus ich meine das war jetzt nicht so weit das wollte ich eigentlich ich bin Was ist das denn? So, okay. Gar nichts. Ah, hier sind auch Ehrlichter. Super, dann kann ich auf dem Weg dann noch richtig viel sammeln. Richtig schön sammeln. Das macht doch Spaß. Was ist das denn? Wir brauchen nur dahin gehen, wo die Ehrlichter sind, ne? Da haben wir schon die nächste Knospe da vorne. Ich bin richtig heiß. Ich will unbedingt zu diesem Stein. Was ist das denn? Ist das so ein riesiger Boblin... Ah ja, Festung. Ah, lass mal gut sein, brauche ich jetzt nicht. Ohne Essen. Öh... Ja. 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 Ehrlichter. Ehrlicht ist auch so oldschool Ocarina of Time. Luke kann ja werfen, ich habe es gelernt. Ich habe es gelernt, Rui. Habe ich gelernt. Hat man aber erst hier unten gelernt. Und da ich jetzt das erste Mal hier unten bin, ist auch richtig chillig, Leute. Also ich würde alles, glaube ich, nochmal genauso machen. Erst oben alles und dann in den Untergrund, weil es da viel entspannter ist. Guck mal, wie OP ich hier bin. Viel spaßiger. Bumm. Die auseinandergenommen werden. Die auseinandergenommen werden. Für meine 4 Kollegen hier. Lieb's. Ja, jetzt schau man hier. Weiter geht's. Ja, jetzt schau man hier. Ich weiß nicht, was das für ein Vieh war, sah aber ungut aus. Rui, bist du gerade am zocken? Du müsstest mal kurz was für mich prüfen. Wenn's geht. Bin am zocken, ja. Kannst du mal zum Spähposten gehen und zu dieser Statue und gucken, ob du da auch die dunkle Linkrüstung bekommen kannst? Ich will sicher gehen, ob man die immer kriegen kann oder erst nach dem vier Titanen. Oder hatte ich die nicht sogar schon vor dem vierten Titanen? Bin mir nicht mehr sicher. Ne, schon vor dem vierten Titanen. Brauchst du den nicht, brauchst du den nicht. Kommando zurück. Unnötig. Ich weiß, dass man nicht vier Titanen braucht. Hallo, Brie. Hallo. Oh! 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 Wir sind fast da! Wir sind fast da! Sind fast da! Oh! Magier Statue der Ebene Ja! Oh! Yes! Hä, wo ist die Statue? Ist das die Statue hier? Hä? Hier kann ich nochmal das Dunkelgewand kaufen und Gewand der Miasmaschutz, das brauche ich. Hier gibt es Gewand der Finsternis. Aber wieso denn nochmal Dunkelgewand, wenn ich es schon habe? Verstehe ich nicht. Kann es kaputt gehen? Okay, wo sind deine Brüder, my friends? Nochmal zurück zu den Kollegen. Miasmaschutz ist cool, okay, aber... Mann, ich wollte die Darklink-Rüstung haben. Wahrscheinlich, wenn ich alle von den Typen im Untergrund gefunden habe. Alter, da muss ich den ganzen Untergrund noch aufklären. Ich spreche erstmal mit dem. Ich will das wissen. 100, okay. Da! Das ist nochmal ein ganzes Stück weiter weg. Aber hier gibt es ein Riesenloch. Okay, das machen wir beim nächsten Mal. Ich würde sagen, wir beenden die Folge hier. Ich beende auch den Stream hier. Lasst einen Follower auf den Kanal da. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal.